Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 367. Mein Name ist René, außer der Mitarbeiter, Herr Bastille. Gude und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Vielleicht kommt später auch noch irgendwie der Marvin dazu, das ist noch so ein bisschen fraglich, der muss nämlich noch seiner üblichen Erwerbstätigkeit nachgehen, weil man ja hier von den Podcasten noch nicht leben kann. Wie ist das? Gut. Wir wollen heute reden über ganz viel Fußball. Wir haben heute im Programm Leverkusen, Lüttich, Gladbach, wir sprechen über UEFA-Strafen, ehemalige Spieler, ehemalige Bundesligensaisons und vielleicht noch die ein oder andere Empfehlung. Und wir fangen auch schon direkt mit dem Leverkusen-Spiel an. Das ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Freitagabend, genau gesagt, dürften wir ran im Heimspiel gegen die Werkself. Und ich würde mal sagen, ja, das war ein ganz gutes Spiel. Ja, geil, war richtig geil. Also sonst würden wir wahrscheinlich heute einfach totschweigen. Nein, war richtig, richtig genial und war mal wieder die Eintracht, die wir doch alle sehen wollen. Ja. Das war mal wieder ein ganz anderes Gesicht. So ein bisschen hat mir wehgetan, dass Almami Touré uns ja jetzt wahrscheinlich für ein paar Wochen verloren gegangen ist in dem Spiel. Ja, das war sehr doof. Aber im Grundsatz war das natürlich echt eine super starke Leistung. Wurde ja auch schon von vielen erzählt mit, ja, wichtigster Spieler auch Renaud, der wirklich eine super Partie gerade in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Und für mich ist eigentlich da der Punkt nicht mal, dass es jetzt punktuell ein gutes Spiel gemacht hat, sondern ich glaube, er hat sich an der Stelle auch ein bisschen Respekt erarbeitet. Das, was wir ja gesagt hatten, was ein bisschen schwierig ist, weshalb er auch nicht so den Mund aufmachen konnte oder auch mal die Leute vor sich zusammenstauchen konnte, weil er einfach selbst die Leistung bisher nicht gezeigt hatte. Ich finde, das ist jetzt komplett anders. Er hat jetzt wirklich mal ein richtig gutes Spiel gezeigt. Man hat auch gemerkt, wie die Mannschaft oder die Abwehr mit ihm dann auch, gerade auch eine Szene erinnere ich mich noch, mit Abraham, wo richtig diese Emotionen da waren, nach Abpfiff auch gleich alle hin sich gedrückt und geil und halt super Spiel. Also ich denke, das ist jetzt der Schlüsselpunkt gewesen, den wir uns alle für Renaud gewünscht haben, dass auf jeden Fall er jetzt einen Trapp sehr, sehr würdig vertreten kann. Ja, ich muss auch sagen, das mit Renaud finde ich auch am wichtigsten. Was so genau, eigentlich schließe ich mir ein, zwei, ein Thema an, was Dennis gesagt hat, weil diese Unsicherheit, die wir hatten, die hatten mit Sicherheit auch die Mitspieler, die hat er auch, er selber hat er auch zugegeben, dass man einfach sieht, okay, das ist jetzt auch einfach kein Thema mehr, zu denken, okay, solange jetzt irgendwie nichts Großartiges passiert, weil so kleine Fehler hat selbst Trapp immer mal drin gehabt, aber dass du jetzt diese große Angst hast, oh Gott, oh Gott, der ist hier in den Testspielen echt wie eine Megagraube aufgetreten, das hast du jetzt erstmal weg. Und dass die Mannschaft sich so vielen gefreut hat, zeigt auch, dass er dann denkt, das zeigt ihm ja auch, dass er Vertrauen spürt und das kann ihm ja auch den Auftrieb geben, zu sagen, okay, Trapp ist jetzt erstmal weg, wir müssen dabei nicht jede Woche irgendwie Angst haben wegen Renaud. Das ist ja so dieses Ding, das ist ja gar nicht zu unterschätzen, weil ich hatte tatsächlich Riesenangst und wenn ich ganz ehrlich bin hier unter uns, kann ich es ja sagen, ich habe weiterhin noch ein bisschen Bedenken, was das betrifft, allein aus dem Grund, weil mir die Strafraumbeherrschung nicht so gut gefällt, also das ist das Einzige, was mir bei ihm fehlt, das wird er auch nicht mehr sich drauf schaffen können, aber wir hatten ja jahrelang mit Nikola auf dem Torwart, wo es genauso war, das heißt, so ein bisschen ist man das schon gewohnt, nur das sind jetzt Kleinigkeiten, also wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, Trapp macht auch Fehler, Renaud ist so ein bisschen das Gesicht des Abends gewesen, aber nicht nur er, sondern auch jemand anders, an dem ich eigentlich weiterhin zweifle, komischerweise, ist Paciencia. Oh ja, Riesenspiel gemacht, wow. Der hat ein Megaspiel gemacht, der diesen geilen Pass von Da Costa, muss man auch mal sagen, Da Costa ist in der Nachbetrachtung auch so ein bisschen bei vielen untergegangen, dass der auch, genauso wie Costa ist, auf der anderen Seite, dass du das Gefühl hast, okay, für die beiden geht die Saison jetzt auch los. Lass uns gleich noch einmal kurz auf die Aufstellung gucken, da war ja auch so die ein oder andere Änderung drin, Kamada nicht in der Startelf, sondern nur auf der Bank, weil er ja vorher aus der Länderspielreise mit irgendwie 15.000 Kilometern in den Knochen unterwegs war, was auch irgendwie eine harte Nummer ist, dass der irgendwie zweimal um die Welt quasi da ist. Dass Silva, Silva hatte sich kurzfristig vorher krank gemeldet und war dann auch nicht auf dem Platz, sonst wäre er, glaube ich, neben Paciencia der zweite Stürmer gewesen, somit dann Dost im Spiel. Ja, Renault im Tor hatten wir ja schon gesagt und dann hatten wir eben in der 30. Minute den Wechsel von Touré auf Abraham, der sich da echt fies verletzt hat, aber ansonsten die Eintracht mit von Anfang an einer relativ offensiven Aufstellung mit So und Rode in der Mitte, die da relativ weit auch nach vorne geschoben sind. Also da konnte es schon ganz klar eigentlich merken, wir gehen drauf, dass Leverkusen an sich viel Ballbesitz haben wird und wir viel über die Konter agieren und deswegen da schnell irgendwie über die Offensive nach vorne. Und so ist ja dann quasi auch das 1-0 entstanden und so, der hinten den Ball erobert, weitergibt an Da Costa, der eben sieht, dass Paciencia da diesen Lauf startet und diesen Ball da spielt und wie er sich da dann quasi gegen die zwei Abwehrspieler durchsetzt und dann noch irgendwie den Ball da reinbringt, an dem ja Radetzky noch dran ist, aber das Ding halt trotzdem im Tor landet. Ich glaube, das war wirklich so dieser sprichwörtliche Büchsenöffner da in der vierten Minute und ich habe nur zu Hause gesessen und mir ist hier schon irgendwie alles durch die Gegend geflogen. Ich will gar nicht wissen, wie das im Stadion gewesen ist. Da ist wahrscheinlich auch, sind Menschen übereinander hergefallen dann danach. Auf jeden Fall. Der ein Punkt, den ich aber noch zu dem Tor, auch zu der Entstehung, was da finde ich ganz wichtig war. Ein Dost, der super nach hinten mitgearbeitet hat. Gerade in dieser Szene, der auch sozusagen diese Körperlichkeit, die er gerade hat, wunderbar eingesetzt hat, auch dann natürlich sich super belohnt hat, dass er am Ende noch dieses Tor gemacht hat, wo du auch gesehen hast, wo er einfach seinen Körper reinstellt und ja, es sind regelrecht die Gegenspieler von Leverkusen an ihm abgeprallt. Geil, also hat mir richtig gut gefallen. Paciencia, ähnlicher Spielstil, insbesondere dann auch diese Szene, zwei Leute verfolgen ihn, er bleibt so eiskalt, zieht das Ding dann. Radecki ist ja auch kein totaler Fliegenfänger, dementsprechend wirklich eine super Sache. Eine Sache, die mich aber, und da wird auch Basti mir insbesondere zustimmen, ein bisschen Magenschmerzen macht mir die Situation um Silva, denn es wurde ja schon wieder so klein geredet, ach, Fußverletzung, jetzt noch einmal die Achillessehne, das war ja schon so ein bisschen mit Twitter und so weiter angekündigt, auch von ihm selbst oder ich weiß gar nicht, Instagram hat er ja schon irgendwas dazu gesagt. Er hat es bekannt gegeben, bevor die Mannschaft oder bevor der Verein es offiziell verkündet hat, wo man sich auch denkt, das ist da schon wieder los. Das sollte eigentlich heutzutage auch nicht mehr passieren. Ja, und dann kommt noch sowas dazu, dass dann wieder natürlich die italienischen Medien da sich total einschalten, sagen, ja, der Wechsel, das war ja schon mit den Medizinchecks, dass es da das Problem mit der Achillessehne gab. Also für mich ist das schon wieder, ich kriege schon wieder ein bisschen Magenschmerzen, dass wir Silva tatsächlich einige Zeit nicht sehen werden. Aber jetzt wird ja ständig von Spiel zu Spiel geschaut. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass wir uns diesmal auf jeden Fall mal täuschen und Silva vielleicht sogar schon morgen Abend wieder zumindest im Kader ist, wird aber glaube ich schwierig und das ist schon was, was mir ein bisschen weh tut, weil Silva ist zwar nicht der, wie soll ich es denn sagen, dieser Knipser, den wir uns erhofft haben, der sofort aus jeder Chance ein Tor macht, wie Jovic das eben in der letzten Saison gemacht hat, aber er ist auch jemand, der einen anderen Spielstil nochmal mit einbringen kann und ja, deshalb wäre es eigentlich schön gewesen, wenn wir den auch gerade bei so einem wichtigen Spiel dann dabei gehabt hätten, aber schauen wir mal, was da kommt. Sorry, aber René, das war nur generell zu den Dost, Dost war für mich auch ein super wichtiger Spieler einfach jetzt auch in Leverkusen, weil er einfach eine super Körperlichkeit mit reingebracht hat. Ich finde aber mit Silva, was du sagst, ist trotzdem wichtig, gerade wenn wir jetzt später nachher noch über die anderen Spiele sprechen, weil wie du sagst, auf dieses ist, es hat jetzt super funktioniert, ich bleibe aber dabei, ich bin weiterhin nicht davon überzeugt, dass das die A-Lösung ist, Dost und Pacencia, ich glaube trotzdem, dass man sich darauf zu schnell einstellen kann, also wie du es schon gesagt hast, ich glaube, wenn Silva neben einer von den beiden spielt, dann ist es schwieriger für den Gegner, sich auf lange Sicht, na klar, ein Spiel geht immer, aber auf lange Sicht kann man sich darauf nicht so gut einstellen, weil Silva kann überall rumwuseln und ich finde Silva eigentlich trotzdem auch, was heißt, jetzt ist es natürlich kein Knipser, wie du sagst, aber so viele Stichproben haben wir bei ihm ja noch nicht gesehen, also der hat ja schon das Ding gegen Dortmund eingeschweißt und der hat auch, was war das, Bremen, also der macht diese Dinger dann schon, also ich finde den schon geil, also das, was er bis jetzt gezeigt hat, er kam aus einer Verletzung, jetzt ist er leider wieder verletzt und da habe ich genau die gleichen Bauchschmerzen wie du, das wird schon wichtig, aber wenn wir jetzt bei dem Spiel bleiben, gebe ich dir recht, Dennis, das hat wunderbar funktioniert, gerade weil Dost eine Qualität gezeigt hat, die ich so bei ihm gar nicht auf dem Schirm hatte, zu sagen, ey, der nutzt seine Präsenz nicht nur im gegnerischen Strafraum, sondern auch in der Defensivarbeit, das war ein Faktor, der mich auch überrascht und gefreut hat, wenn wir auch nicht bei der, eigentlich darfst du wie immer, wie in dieser geilen letzten Saison, darfst du fast bei jedem Spiel gar keinen vergessen, weil ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob wir in der nächsten Sendung Aktenzeichen XY einen Aufruf sehen werden, wo Mitchell Weiser ist, weil ich glaube tatsächlich, dass Philipp Kostic hat den auf jeden Fall irgendwo hinbefördert und keiner weiß genau wo, ich bin mir noch nicht sicher. Ja, nicht nur Kostic, sondern auf dieser kompletten Außenbahn auf der Linken, eben dieses Zusammenspiel aus Kostic und dann auch Hinteregger, also wenn er nicht irgendwie einen Kostic auf den Fersen hatte, wenn er irgendwie auf dem Weg nach vorne war, dann hat er irgendwie einen Hinteregger vor sich gehabt und ich glaube, das hat dem an dem Tag so gar nicht behakt, ich meine, der ist ja auch in der 30. Minute ohne Verletzung quasi ausgewechselt worden, was schon irgendwie so ein, im Fußballerischen ja eigentlich so eine schöne Klatsche ist, wenn dich der Trainer mal eben, ohne dass du verletzt bist, ja in der 30. Minute runter nimmst, weil du halt einfach irgendwie überhaupt nichts auf die Kette kriegst. Aber auch Bellarabi hatte jetzt auch nicht viel mehr zu sagen da auf dieser Seite. Ja, gut, doch, der hat mir schon ein bisschen besser gefallen. Ich fand auch, also gerade in der Offensivarbeit in der zweiten Halbzeit hat er dann auch nochmal gut mit aufgedreht. Weiser ging halt total unter, also das war, die Auswechslung konnte man dann sehr, sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wer auch wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hatte und das halt mir wirklich auch leid getan hat, dass er ausgefallen ist, Touré bis zu dem Punkt. Abraham auch war auch in Ordnung, als er kam, aber gerade Touré hat in den letzten Wochen, genau, er spielt deutlich unauffälliger und in den letzten Wochen hat Touré einfach gezeigt, dass er es jetzt über mehrere Spiele mal mit einer ordentlichen Leistung gezeigt hat, dass er mal richtig präsent war. Das passt auch zu dem, was du sagst, René. Auf der anderen Seite ist natürlich was, jetzt müssen wir schauen, Touré, wie lang fällt er aus, was ist da los? Abraham, hoffentlich ist er jetzt auch so fit, weil wenn er fit ist, ist das, denke ich, auch ein super, super Innenverteidiger immer noch. Auf der anderen Seite ist es natürlich, uns gehen dann schon wieder so ein bisschen die Option, obwohl wir relativ viele Innenverteidiger haben, gehen uns dann ein bisschen die Optionen aus. Natürlich einen Dicker. Ich wollte gerade sagen, du hast einen Dicker noch, der ja auch auf der Bank war, der aber klar in dem Spiel jetzt erstmal nicht da reingeworfen wird, sondern wo du dann vielleicht auch eher dann auf die erfahrenen Spieler an der Stelle dann irgendwie setzt, weil wir haben dann auch noch einen Dicker, also den darfst du schon nicht vergessen. Ja, also Baustreißen habe ich da auch noch nicht, weil Abraham, ich hoffe einfach, dass er gut reinkommt, der hat es in dem Spiel auch okay gemacht, also du hast schon gesehen, diese Befürchtung, die man hatte, haben sich nicht bestätigt. Für Touré ist es halt mega schade, weil er von diesem, ja mal gucken, ab und zu mal Ergänzungsspieler Kader rein, Kader raus, ist ja zu einem absoluten, ja nicht Shootingstar, ist übertrieben, aber die Spielweise, die er hatte, die hat mich tatsächlich sehr, sehr überrascht und für einen rechten Innenverteidiger war das eigentlich ideal, weil er geschickte Zweikämpfe hatte, aber auch gegen tiefstehende Gegner kannst du ihn auch vorschieben und er kann dann auch flanken und hat dann quasi, dann hast du quasi auf der rechten Seite zwei Leute, die flanken können. Dann hast du Touré und da Costa, dann kann der Gegner nicht mehr alles zustellen. Das tut mir für ihn, ja, das ist wirklich der Wermutstropfen in den Dings. Um die ersten 30 Minuten jetzt abzuschließen, glaube ich, dass diese Auswechslung von Weiser gut zusammenfasst, was für eine kranke Nummer die Eintracht in diesen ersten 20, 30 Minuten abgezogen hat. Also wir standen auch im Stadion und haben gedacht, Alter, was ist denn hier los? Das war, ich habe vor dem Spiel, also es gab ja vor dem Spiel diese, es gab die Diskussionen um Möller, dann gab es vor dem Spiel, wo wir später noch zukommen, Fanausschluss für die Auswärtsspiele. Du hast schon gemerkt, okay, die Leute und die Eintracht, ja, ist nicht, natürlich gut in die Saison gestartet, aber keiner wusste ganz genau, wie schmeckt dieser Braten jetzt diese Saison. Dann kommen alle ins Stadion, dann ist Leverkusen, die haben Havertz und so, also die Zuversicht vorm Spiel, die war jetzt nicht so. Dann ist jeder erstmal ins Stadion gegangen, hat gesagt, ach komm, irgendwie was soll's, Freitagabend geil, Flutlicht, mach Bock. Aber was die Eintracht dann abgerissen hat, damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Also ich auf gar keinen Fall. Und dann standst du wirklich mit offenem Mund, dann hast du gedacht, was ist denn hier los? Und ich habe irgendwie in den letzten Wochen ja auch hier immer bemängelt, dass in dem Eintrachtsspiel die Zuschauermomente fehlen und plötzlich haben die die ganzen fehlenden Zuschauermomente einer Saison in diese 20 Minuten gepackt. Du hattest ja plötzlich, alle zwei Minuten hattest du eine Szene, wo quasi die Hälfte der Tribüne aufgestanden ist und geschrien hat. So, hey, Kostic hat, glaube ich, einmal ist einmal um Weiser komplett rumgelaufen. Du hattest zwei Kämpfe von Hinteregger, du hattest die zwei Tore. Wenn die Eintracht so spielen kann, dann kann die Saison echt was gehen. Klar weiß ich, dass das nicht wiederholbar ist und in der zweiten Halbzeit hat es sich auch relativiert, aber das musst du auch erstmal so runterspielen. Aber nochmal abschließend zu diesen 30 Minuten, weil die für mich der Schwerpunkt dieses Spiels waren. Das war schon mega geil und wie gesagt, es gibt kein besseres Indiz, als wenn ein gegnerischer Verteidiger ausgewechselt wird nach 30 Minuten. Dann weißt du schon Bescheid, okay, da ist irgendwas passiert. Ja, da kann man, glaube ich, sehr wenig dran ergänzen. 2 zu 0 war dann dieser Elfmeter, der auch, glaube ich, mehr als berechtigt war an der Stelle. Das war der zweite. Ich glaube, die machen einen Sammelaufruf. Die suchen, glaube ich, nicht nur Weiser, sie suchen auch Dragovic noch. Also er hat sich jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, als Eintrachtsschreck herausgestellt. War schon ein bisschen sehr, sehr peinlich da, dann quasi sich so in den Ball reinzuwerfen mit beiden Armen nach oben gereckt. Also ich glaube, das sollte mittlerweile auch jeder verstanden haben, dass das in den Zeiten von heutigen Handspielregeln und Video-Assistent-Refereys eine sehr selten dämliche Idee ist, sich da so in den Weg zu schmeißen. Aber nur gut. Ja, Paciencia versenkt das Ding und dann wurde es ein bisschen, ja, sind wir ein bisschen vom Gas gegangen. Zurecht. Also, kannst ja machen, liegt es ja 2 zu 0 dann auch vorne. Haben dann sehr viel Leverkusen den Ball überlassen und uns so ein bisschen mehr auf das Kontern konzentriert. Und ab dann fing so ein bisschen ja diese Renaud-Show an, wo er sich dann doch das ein oder andere Mal sehr viel in den Ball geschmissen hat. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die eine Szene, wo der Schuss, ich weiß nicht mehr von wem, von Leverkusen, das war der von Hasebe noch irgendwie so abgefälscht wird und wo er quasi schon auf dem Weg nach unten ist, dann aber nochmal den Arm hochkriegt, um das Ding dann da um die Ecke zu lenken. Richtig stark. Da waren schon so ein paar Szenen dabei, wo du eigentlich sagen müsstest, da müsste Leverkusen irgendwie ein Tor draus machen, aber so richtig effektiv waren die an dem Tag auch nicht. Also Havertz ist extrem viel gelaufen, war an extrem vielen Torschüssen beteiligt, aber vom Glück war der auch an dem Tag so ein bisschen verschont, glücklicherweise für uns. Ja, also das war auch, eigentlich war dieses 2-0-2-Hälfte fast zu wenig, also die Eidrat hätte ja auch locker 3-4-0 führen können und keiner hätte sagen können, oh das war glücklich. Nö, wir hätten es nochmal ordentlich zu Ende spielen müssen, also bedenken wir auch mal diese eine Szene, wo der Ball echt gut durchläuft, wo, ich glaube, Pacencia war es wirklich, das Ding mit der Hacke nochmal nach hinten weitergibt zu Dorf, der das Ding dann da reinschiebt, was ein genialer Spielzug war, er stand halt leider zwei Zentimeter im Abseits. Also das war nämlich das, was du gesagt hast, weil die haben trotzdem dann in der Halbzeit war ich, ich war noch euphorisiert von der Stimmung, weil die Stimmung, muss man auch sagen, die war zumindest in Bundesligaspielen dieses Jahr das Beste, was im Stadion los war. Also wir hatten ja so gesagt, dass auch die Fans vielleicht so einen kleinen Hängauber von der Saison hatten, der war komplett weg, die Stimmung war mega, aber dann stehst du da in der Halbzeit und denkst, geil, aber dann so ein Ergebnis 2-0, da braucht ja nur Havertz irgendwie einen reinwurschteln und dann steht 2-1 und dann hast du wieder ein komplett offenes Spiel und da brauchte ich auch die ganze Zeit, in der zweiten Halbzeit ein bisschen Angst und die Angst hat sich ja dann bestätigt, als erst mal, was war, Leverkusen den Elfmeter zugesprochen bekommen hat, der dann im Nachhinein erst wieder zurückgenommen wurde. Das sind ja dann solche Szenen, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auch abseits war, glaube ich. Das war, nee, Handspiel von Fernandes, oder? Was ist das? Ach, das war, genau, das war die Geschichte, wo er erst den Elfmeter gepfiffen hat, weil er gesagt hat, Fernandes hätte mit der Hand und dabei hat er den einfach ins Gesicht gekriegt und da ist das ja dann nochmal zurückgepfiffen worden. Ich erinnere mich aber auch noch an die eine Szene, die war aber, glaube ich, in der ersten Halbzeit, wo Rode, Alario, da so ein bisschen, da war es Amiri, ich weiß nicht mal ein von Amiri, Amiri war es, Amiri war es, ja. So ein bisschen da im Laufduell von hinten umgritscht. Ja, er spielt den Ball, aber auch nur unter Zuhilfenahme des Unterschenkels des Gegenspielers. Also, ich glaube, da hätte man sich jetzt auch nicht wirklich beschweren dürfen, wenn sie das Ding gegeben hätten. Also, da war auch ein bisschen Glück auf unserer Seite dabei. Ja, wie gesagt, trotzdem glaube ich, dass sich niemand auf der Welt beschweren kann, als er das Spiel gewonnen hat. Natürlich kannst du, du kannst, wenn du dann mega Pech hast, kannst du natürlich dieses Spiel dann auch noch unentschieden spielen irgendwie, aber dann, dieses Tor von Dost war dann wirklich auch erzwungen und auch zurecht, dann hat man einfach wirklich sich das, was man verdient hat, einfach dann auch festgemacht. Also, bei dem Ding war ja alles an Energie von Dost drin. Der hätte ja in dem Moment, glaube ich, den Ball auch problemlos über die Torlinie schreien können, so viel Energie wie in dem Typen da drin war. Ja, das war sehr unkonventionell. Ich fand es aber geil, weil es für mich so gezeigt hat, okay, Dost ist nicht nur dieser, ja, One-Touch-Striker, wenn du denkst, du musst den Ball auf dem Kopf spielen oder du musst den Alex Meyer-mäßig in die Innenseite spielen, sondern der Marvin würde jetzt sagen, der hat diese Dinge hereinbrutalisiert und das ist genau so, dieses Wort, der Marvin hat dieses Wort genau für so ein Tor erfunden. Das ist, du hast den Ball, der da reinkohlen hat, diesen Willen angesehen, mit dem Dost das machen wollte. Und ich finde das sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Und im Nachhinein hat, glaube ich, Fernandes ja auch immer wieder betont, oder es gab auch Berichte über Fernandes, der den Teamgeist irgendwie nochmal herausgestellt hat. Und gerade, dass diese beiden sich so gut verstehen, obwohl sie ja eigentlich, wenn Silva fit ist, langfristig Konkurrenten sind, dass die sich gegenseitig so die Tore gönnen. Weil es gab auch eine Szene, als Präsenz, der diesen Elfmeter reinmacht, ist der Erste, der noch lauter hinter ihm schreit, war es Dost. Und das ist, das ist was, was mir echt gut gefällt, weil an solchen Kleinigkeiten kannst du immer ablesen, wie es ist, um diese Mannschaft bestellt, auch in Zeiten, wo du vielleicht unglücklich zu Hause gegen Bremen nur 2-2 spielst oder du scheiße in Augsburg spielst. Also, dass man denkt, okay, da ist vielleicht spielerisch noch Sand im Getriebe, aber wir können hier nicht rausfiltern, dass da in der Mannschaft was nicht stimmt, sondern das sind normale Ablaufprobleme, die neue Mannschaft mit Verletzungsproblemen und so weiter auch haben. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr beruhigt nach diesem Freitag. Diese Unsicherheit, die ich jetzt irgendwie in diesen letzten Wochen immer mal mehr, immer weniger, ein bisschen mehr und dann hatten wir Straßburg, dann hatten wir aber auch Augsburg, dann hattest du mal hier, dann hattest du mal gegen Dortmund wieder gut. Ich bin echt beruhigt zu sehen, okay, eine Mannschaft wie Leverkusen, die natürlich auch ein Problem hat, aber trotzdem erstmal gewonnen, wo erstmal gewonnen werden muss, dass sie einfach da eine Lage ist, so ein Ding abzureißen, finde ich mega geil. Und wir hatten ja über Silva gesprochen, dass Dennis hat ja gesagt, wir gucken jetzt mal von Spiel zu Spiel und wenn wir jetzt hier auch mal von Spiel zu Spiel gucken, dann werden das, das werden jetzt echt brutale Wochen. Also das werden brutale Wochen und wenn wir die Leverkusen 300 verloren hätten statt gewonnen, dann hätte ich vor diesen Wochen Angst. Jetzt muss ich sagen, habe ich immer mehr Bock zu sagen, hey, wieso, wer weiß, wieso sollen wir nicht in Gladbach auch überraschen irgendwie, wer weiß schon, also ich habe auf jeden Fall jetzt eine positivere Sicht auf die Dinge. Ja, ja. Das ist alles so korrekt. Die Eintracht steht jetzt nach diesem Spieltag mit 14 Punkten auf Platz 8, aber man muss sagen, dass diese Bundesliga gerade auch wieder sehr dicht beieinander ist. Also Platz 1, Gladbach, will ich da ja nachher auch noch sprechen, bis zu Platz 9, Leverkusen mit 14 Punkten. Also das sind gerade mal zwei Punkte Unterschied. Ein Spiel glücklich gewonnen und irgendeiner verliert noch eins oder kassiert unglücklich oder verdient nachher einen Ausgleich. Grüße nach Bayern. Und dann ist die ganze Runde schon wieder neu gemischt. Also das ist halt alles einfach verdammt eng beieinander gerade. Ja, aber umso wichtiger ist es, dass die Eintracht einer von diesen Vereinen ist, die da in diesem Dings mitmischen. Ja, ja. Man kann auch ein bisschen hinten dran sein. Grüße nach Berlin und Bremen. Das ist korrekt. Für mich ist definitiv der Mensch des Spieltags nicht Renaud, nicht die Mannschaft, sondern der Mensch, der die Turmmusik spielt. Also ganz ehrlich, von dem kann sich Lucky Luke noch eine Scheibe abschneiden. Der haut so schnell auf den Knopf. Das glaubst du fast gar nicht. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe auch immer die Vermutung, dass so ein Sensor an den Vorlinien-Ding. Der Eintracht hat die Torlinien-Technologie schon viel früher gehabt als alle anderen. Das könnte natürlich auch sein. Also bei diesen beiden Abseits-Dingern, also da war der Ball noch nicht richtig drin, da hat er schon auf den Knopf gedrückt. Das finde ich echt Wahnsinn. Ich hoffe, dass wir das am Donnerstag zu Hause auch noch das ein oder andere Mal hören werden. Oh ja. Wollen wir dann schon über Lüttich reden oder habt ihr noch was Ergänzendes zu Leverkusen? Ähm, eigentlich. Nö, bin ruhig. Alle dir sagt, oder? Alle dir sagt, wunderbar. Dann lass uns jetzt mal alles, was uns so einfällt, zu Lüttich sagen. Wir spielen Donnerstagabend 21 Uhr zu Hause und das ist so die erste kleine Mini-Vorentscheidung in der Gruppe. Ich glaube, dass Arsenal da relativ solide irgendwie durchgehen wird, ist klar und Lüttich wäre dann für uns so ein bisschen der wahrscheinlich erste Konkurrent für Platz 2, um jetzt mal klein zu denken. Natürlich ist auch immer irgendwie Platz 1 drin, aber trotzdem mal so ganz klein gedacht wären sie der erste Konkurrent und das ist jetzt so das erste kleine Mini-Entscheidungsspiel für uns. Ähm, die definitiv ausfallen werden, der Guzman Thoreau und natürlich Thoreau, da hatten wir gerade eben schon drüber gesprochen und auf der Pressekonferenz heute sagte Adi Hütter, dass der Einsatz von Silva fraglich ist. Das würde sich nach den beiden verbleibenden Trainingseinheiten entscheiden, ob er da jetzt am Donnerstag aufläuft oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bislang von Lüttich exakt kein Spiel gesehen in dieser Spielzeit, weder in der Euroleague noch in dem belgischen Liga-Betrieb, von daher ist all mein Wissen, was ich hier heute zusammengetragen habe, rein auf Basis irgendwelcher Sportmagazine, Zusammenfassungen oder Blogbeiträge entstanden. Ich meine, habt ihr schon Spiele von Lüttich gesehen und habt also den einen oder anderen im Kader im Blick? Nee, also natürlich gibt es Spieler, ich weiß gar nicht, wie man den Verteidiger ausspricht, diesen Van Heusten, was weiß ich. Die haben natürlich schon interessante Spieler, von denen man vorher auch schon mal gelesen hat, aber wie du es schon gesagt hast, ich habe jetzt irgendwie, wie man der Goalcoach Himmeroth heißt, der liest man ab und zu mal ein paar Transformer-Gerüchte, dann guckt man sich das an, aber das wirklich beurteilen können wir das, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, der bekannteste von denen allen ist der Torwart, den kenne ich noch von meinen 90er-Jahre-Panini-Alben. Also nicht der Trainer, der früher Torwart war, meine ich. Aber ansonsten schätze ich mit meinem Halbwissen Lüttich also ein, das ist ein Gegner, die werden Bock haben, für die ist auch Oberpokal genauso wichtig wie für uns. Die haben Fans, die auch Bock drauf haben, die bringen auch irgendwie 2.000, 3.000 mit. Das heißt, das ist nicht so ein Gegner, der hierher kommt, der denkt, ah gut, kein Bock drauf, sondern das wird auf jeden Fall eine heiße Kiste mit einer Mannschaft, die qualitativ vielleicht ein bisschen unter unserer ist, mit Sicherheit, aber nicht viel. Also das ist für mich trotzdem ein 50-50-Spiel im Sinne von, wo ich hoffe, dass der Heimvorteil den Ausschlag geben wird. Weil, wie du schon gesagt hast, das werden jetzt die beiden, wir spielen gleich nächste Woche dann wieder da, oder? Ne, warte mal. Das ist der Arsene. Genau. Ne, 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 es kommt erst noch mal. Andere Reihenfolge, ja, hast recht. Genau. Arsene ist dann das letzte Spiel. Ziermonika-mäßiges Prinzip. Das sind quasi jetzt K.O.-Spiele. Also, das sind jetzt, das ist jetzt quasi die, was kommt denn vor dem 16. Finale, dann das 32. Finale, das ist jetzt unser 32. Finale schon, weil ich sehr hoffe, dass es in London dann um nichts mehr geht. Besser wär's, ja. Also ich wäre nicht gerne darauf angewiesen, zu sagen, wir müssen da irgendwie jetzt einen Punkt holen oder gewinnen, sondern du musst jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, wie die Konstellation dann ist, aber kommt auch ein bisschen drauf an, was die anderen machen, aber vier Punkte müssten eigentlich dann reichen, oder? Also zum, ja, ne, Quatsch, das laber ich. Also du musst, das ist tatsächlich so, du musst einfach nur den direkten Vergleich jetzt gewinnen, egal wie. Genau. Ja, würde ausreichen. Das zählt doch dann, oder? Also das heißt, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir spielen zu Hause 2-2 und spielen da 3-3, dann sind wir trotzdem eigentlich wahrscheinlich safe, wenn Gimareisch jetzt nicht irgendwie was ganz Verrücktes. Naja, normalerweise ist ja die Reihenfolge Punkte, Torverhältnis oder dann halt eher direkter Vergleich. Direkter Vergleich, genau. Genau, so wäre... Direkter, ist Torverhältnis vor dem direkten Vergleich? Ja, ja. Ja, normalerweise ja. Ja, okay. Ja, das wäre interessant. Oder ist das hier anders? Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt eine gute Frage. Wer weiß, was die... Das würde ja tatsächlich auch beeinflussen, wie man... Die haben sich mal wieder was Schönes ausgedacht. Ja. Also ich habe nochmal nachgelesen, jetzt nicht wegen dem direkten Vergleich, sondern zu dem, was du gesagt hast, mit, dass die auch motivierte Fans mitbringen. Ich würde sagen, das definitiv. Die waren ja auch schon ganz gut in London vertreten. Die letzten Jahre, wenn Lüttich in der Euroleague gespielt hat, sind sie eigentlich nie über eine Gruppenphase drüber hinausgekommen. Das letzte Mal standen sie tatsächlich in einem... In der K.O.-Phase irgendwie Mitte der 90er und sind da so ein bisschen auch heiß, dass jetzt diese Serie so ein bisschen dieses Jahr zu durchbrechen und da ein bisschen diesmal drüber wegzukommen und wieder in die K.O.-Phase einzuziehen. Also die sind sowohl fanseitig als auch mannschaftseitig, glaube ich, ganz gut motiviert an der Stelle. Haben auch gerade so eine kleine Miniserie in der Liga unterwegs, sind da Tabellenzweiter, haben am Wochenende gegen den Tabellenersten gewonnen und haben da seit fünf Spielen nicht mehr verloren. Also die sind auch gerade ganz gut unterwegs und so eine der großen Stärken, das war auch das, was Hütter heute in der Pressekonferenz gesagt hat, ist deren Abwehr, die in der Tat relativ wenig Tore zulassen, was uns, gerade wenn wir jetzt noch mal zu dem Thema kommen, direkter Vergleich oder Torverhältnis, wäre das halt schon wichtig, da die ein oder andere Bude definitiv auch zu machen. Ja, also der Idealfall, also was ich mir vornehmen würde, wenn ich eintrafe, wäre es zu sagen, zu Hause gewinnen, auswärts unentschieden spielen, dann sollte das eigentlich schon reichen. Vorausgesetzt, du gewinnst dein Heimspiel gegen Kim Reich. Wie hatte denn Lüttich gegen Arsenal? War 4-0, ne? Da haben sie, das war das Einzige, was da ein bisschen aus dem Ruder läuft, eben mit der Aussage, sie kassieren wenige Tore. Das war das 4-0 von Arsenal, das war auch, glaube ich, relativ früh besiegelt. Ich glaube, Arsenal hat da auch irgendwie Mitte der ersten Hälfte schon 3-0 geführt. Aber gegen Kim Reich haben die 2-0 gewonnen, oder? Haben sie 2-0 gewonnen, ja. Siehst du, wie nur ein, das heißt, wir sind ungefähr, ja, das wird eine enge Kiste. Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich jetzt einfach unsere Kaufphase ist und ich hoffe, dass wir mit vier Punkten rausgehen, dann sollte das reichen. Einfach dann auch gegen Kim Reich zu Hause wieder gewinnen und dann kannst du in London, brauchst du dann hoffentlich nichts. Also, wenn die Eintracht zwei Jahre hintereinander die K.O.-Phase erreicht, gerade mit dieser Vorqualität, das wäre schon wirklich eine Leistung auch, also auch konditionell, körperlich, mental zu sagen, okay, du paced jetzt quasi seit zwei Jahren durch, also von diesem Pokalsieg an durchgerauscht, Gruppenphase, Halbfinale. Wenn du dann wieder die Gruppenphase jetzt überstehst, das wäre schon eine Hausnummer für die Eintracht. Und dann haben wir ja gesehen, brauchst du ein bisschen Losglück, mal gucken. Keine Ahnung, wer weiß, ob die Eintracht im Winter nicht noch irgendwie auch jemanden holt, weiß ich nicht. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe jetzt, dadurch, dass wir jetzt hier reden, bin ich auch wieder nervös, ihr Affen. Was ist denn los, Alter? Alter, jetzt reden wir hier drüber, jetzt denke ich, ich habe die ganze Zeit, ach, Lüttich und bla, bin noch ein bisschen fertig von meinem Geburtstag. Das ist ja tatsächlich morgen schon das mitentscheidende Spiel der Gruppenphase. Das war mir so in dieser Gänze gar nicht bewusst, bevor wir jetzt hier drüber gesprochen haben. Entschuldigung. Naja. Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wir haben gegen Guimari nur das 1-0 und Lüttich das 2-0, dafür haben wir gegen Arsenal nur 3-0 verloren und die 4-0, also das gleicht sich dann wieder so ein Stück weit aus. Und zu dem Thema, wie denn hier die Mannschaften weiterkommen, sagt die allwissende Müllhalde aka Wikipedia folgendes. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wird die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt. Aufpassen, mitschreiben, wir fragen das nächste Woche ab. Erstens, Anzahl der Punkte im direkten Vergleich. Zweitens, Tordifferenz im direkten Vergleich. Drittens, Anzahl Tore im direkten Vergleich. Viertens, Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich. Fünftens, wenn nach Anwenden der Kriterien 1-4, 2-0 oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1-4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6-12 angewendet. Das ist auch lustig. Wir gucken uns das einmal an. Wenn es dann immer noch gleich ist, gucken wir uns das nochmal an, ob sie es irgendwie geändert hat. Was ist das denn für ein Quatsch? Nee, kannst du es, also damit ich es jetzt, das heißt. Erstens Punkte, zweitens Tordifferenz, dann Tore, dann Auswärtstore. Das sind die vier Abstufungen. Bei Punktgleichheit zweier Mannschaften ist das. Zwei oder mehrerer Mannschaften. Und dann hast du das Verhältnis. Ja, 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 ja. Gut, dann. Wirkt so, ja. Wirkt gut. Wenn wir das richtig in der, dann wird es ja jetzt noch wichtiger zu sagen, ey, das sind jetzt quasi wirklich die zwei Co-Spieler einfach. Gerade auch, Leute, wir müssen wirklich sagen, das nächste Spiel morgen. Was meinst du mit direktem Vergleich? Du meinst jetzt, wie viel Siege oder was? Nein, aber sagen wir mal. Bei dem Spiel, ein Gegner, ein spezieller Gegner, normalerweise hast du doch eine Tabelle, wird doch aufgebaut mit so Torverhältnissen etc. Platzierung nach Punkten. Bei gleichen Punkten ist der mit dem besseren Torverhältnis vorne. Ja, dann doch, oder was? Ja, so wird eine Tabelle normalerweise auch. So normalerweise, genau. So ist das ja hier in dem Fall auch. Ja, das brauche ich ja. Das habe ich da nicht verstanden. Du hast doch bei eben was anderes vorgelegt. Hier wird doch gesagt, hier ist der direkte Vergleich nur, wenn Punktgleichheit ist, wird nicht mehr ein Torverhältnis. Ne, ne, fangen wir nochmal von vorne an. Wenn die Punkte gleich sind, dann geht es nach der Tordifferenz. Aber im direkten Duell hast du gesagt. Lies das nochmal. Lies das nochmal. Also, bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen. Ja, so. Das heißt, Punktgleichheit. Genau. Dann geht es als nächstes, steht hier als erstes Anzahl Punkte im direkten Vergleich. So. Was hier mit Bastis Variante sprechen würde. Genau. Das heißt, dann zählt nicht in erster Linie die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen. Genau. Genau. So verstehe ich es. Nein, genau. Dann zählen nur die Punkte im direkten Vergleich. Korrekt. Das kannst du da auch schon aufhören zu lesen. Nein, aber dann kannst du da schon aufhören zu lesen. Ja. Das ist einfach der direkte Vergleich dann. Genau. Das ist der direkte Vergleich der beiden gleich oder mehreren gleich platzierten Mannschaften und dann entscheidet sich danach, wer da mehr Punkte holt hat. Weil dann ist es zum Beispiel unerheblich, wie Lüttich oder wir dieses weitere Spiel gegen Gimareisch gestalten. Genau. Weil du könntest ja dann theoretisch, bist du punktgleich mit Lüttich, scheidest aber aus, weil die plötzlich 8-0 in Gimareisch gewonnen haben. Korrekt. Nee. Für uns ist es okay, wenn wir eins von den beiden Spielen gewinnen und das andere unentschieden spielen, dann sind wir im direkten Vergleich die besseren und dann ist das Ding uns. Genau. Das meine ich. Wir müssen jetzt einfach. Sehr gut. Gut. Wir bleiben dabei. Es war jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Es bleibt dabei, dass das unser 32. Finale ist. So ist es. Korrekt. So ist es. Es ist jetzt nur nochmal durch diese Aussage hier bestätigt worden, mehr oder weniger. Wunderbar. Genau. Das Lustigste wäre, wenn es jetzt doch nicht stimmt. Das steht ja der Wikipedia. Das haben Schlau reingeschrieben. Also warum sollte das jetzt bitte nicht stimmen? Quelle Wikipedia. Quelle Wikipedia. Genau. Obwohl, wir müssen uns da ja... Quelle Internet. Quelle Internet. Wir müssen das schon richtig benennen. Quelle Internet. Wir dürfen jetzt hier nicht Quelle Gamer Szene sagen, sonst kriegen wir wieder das Problem und dann geruft der Innenminister hier an. Das wollen wir. Also von daher Quelle Internet. Genau. Gut. Also. Einigen wir uns darauf. Einigen wir uns darauf. Das wird auf jeden Fall morgen ein mehr als entscheidendes und spannendes Spiel. Ich bin da auch schon sehr gehypt. René und Basti, doch nochmal ganz kurz zu dem Thema. Es ist ja umso wichtiger, jetzt morgen dort nochmal alles zu geben. Da hast du die Fans dabei. Ja. Problematisch mit dem Spiel Lüttich. Wissen wir ja, kommen wir ja gleich noch zu. Da reden wir gleich drüber. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch, wie soll ich sagen, wenn du jetzt mit einer starken Leistung in diesem Spiel jetzt schon da rausgehst, dann ist Lüttich auch im Rückspiel eventuell ein bisschen verunsichert. Eigentlich finde ich es morgen. Das ist umso wichtiger, dass du da zeigst, schon mal dem Gegner, okay, du hast eigentlich keine Chance. Du fliegst eh gegen uns raus. Wir brauchen eigentlich das Rückspiel gar nicht zu machen. Machen wir aber. Und haben wir zwar keine Fans dabei, aber gewinnen trotzdem. Also ich finde, das ist eine wichtige Aussage und deshalb finde ich morgen das Spiel fast noch ein bisschen wichtiger als das dann in zwei Wochen. Natürlich im Sinne von einfach psychologisch den Leuten zu zeigen, okay, soweit wir zocken euch sowieso hier ab und dementsprechend müssen wir eigentlich gar nicht weiterspielen. Die Problematik, finde ich, ist bei der ganzen Sache nur, ich hoffe, dass wir nicht zu viele Körner gelassen haben in dem Spiel jetzt gegen Leverkusen. Und finde es halt super, dass wir so viele Tage dazwischen hatten. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Lüttich ihr Ligaspiel hatte. Ich habe nur gesehen, dass die auch diesen Rhythmus haben. Natürlich, dass sie dann, ich glaube, das nächste Spiel erst wieder am Sonntag dann austragen. Aber ich denke, das könnte auch ein wichtiger Punkt sein. Einfach diese Fitness, dass du eventuell ein bisschen mehr Regeneration jetzt hattest und da auch ein bisschen schauen kannst. Wie gesagt, es wäre super, wenn irgendwie doch noch Silva eine Option wäre. Schauen wir mal. Aber für mich ist fast das Spiel morgen noch wichtiger. Dementsprechend auch alle, Aufruf nochmal an alle Fans. Kommt ins Stadion, schreit ordentlich eure Mannschaft hier nach vorne. Und ja, ich denke, dann wird das auf jeden Fall ein geiler Abend morgen. Ja, da schließe ich mich vollumfänglich an, weil das wäre ein guter Start auch in diese Wochen. Also ich glaube, die Eintracht hat es ja selber gesagt, das wären jetzt echt brutale Wochen. Für sechs Spiele in 18 Tagen oder was. Ja. Das ist schon, ja. Schon ein bisschen was, ja. Das entscheidet so ein bisschen, wie die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum aussehen. Also da sollte man jetzt gar nicht mehr viel Zeit verlieren zu sagen, okay, wir müssen uns da und da noch einspielen. Nee, Dennis hat es gesagt. Sonderspiel, schreien, gewinnen und dann kann man immer noch gucken. Also weiter geht's. Genau, letztes Spiel in der Liga hatte Lüttich am Samstag gegen den Tabellenersten. Na gut, okay. Also Tag weniger, weiß ich nicht, ob das jetzt bei einem Fußballprofi nicht so sehr entspricht sein. Wahrscheinlich nicht. Wird vielleicht dann in Gladbach eher interessant zu sagen, okay, ich glaube nicht, dass wir sagen können, beim Lüttich-Spiel A, da hat Leverkusen eine Rolle gespielt. Hätte ich glaube eher umgekehrt zu sagen, oh, in Gladbach haben wir vielleicht gegen Lüttich-Körner gelassen und oder mussten wir rotieren. Also schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja durchaus auch ein bisschen Breite im Kader, gerade was so Mittelfeld und so weiter angeht. Wir können jetzt auch davon ausgehen, dass Kama da seine Reisestrapazen da jetzt sich so ein bisschen aus den Knochen geschüttelt hat. Von daher könnte da ja der ein oder andere dann da auch wieder rein rotieren. Wir haben ja noch einen Chor und so weiter. Also von daher, glaube ich, ist das in der Tat für uns weniger ein Thema. Aber auch da würde ich jetzt sagen, ist die Devise erstmal alle Energie in die Offensive. Wie Dennis gesagt hat, dass die jetzt einfach erstmal nach Hause fahren, weil jetzt haben wir einfach noch den Punkt mit den Fans im eigenen Rücken. Wir spielen im eigenen Stadion und dann sieht die Geschichte für das Rückspiel halt auch ganz anders aus, weil das dann halt auf einmal Lüttich eher unter Handlungsdruck ist, als wir es sind. Also das sollten wir uns nicht, das sollten wir nicht andersrum haben, weil auswärts ohne Fans dann den Druck auf unserer Seite zu haben. Ich weiß nicht, ob wir uns den Stress unbedingt antun sollten. Am liebsten nicht. Am liebsten nicht. Jetzt hattest du gerade eben schon aufgerufen, Dennis, kommt alle ins Stadion und diesem Aufruf würde ich auch komplett zustimmen. Jetzt habe ich heute was gelesen von so einem komischen Aufruf, dass man doch bitte, weil sich der ein oder andere Lüttich-Fan angekündigt hat, dass man sich mittags ab 13 Uhr irgendwie in Frankfurt am Römer treffen will, gab es jetzt Aufrufe, Menschen sollten sich krank melden, früher die Schule verlassen, um ab 12 den Römer zu besetzen. Habt ihr davon irgendwas mitgekriegt? Das ist uns per Twitter geschickt worden. Ich fand das so ein bisschen merkwürdig, diesen Aufruf. Das ist auch sehr seltsam. Ich habe das auch, also Basti, du hast, glaube ich, auch, Marvin hat es, glaube ich, auch per WhatsApp auch bekommen gehabt, diese seltsame Nachricht vorab. Also es war wirklich seltsam, klang auch und deshalb wurde auch, glaube ich, heute von der Fanszene, ich weiß gar nicht, von welcher Seite heute nochmal drauf reagiert wurde, bezüglich, ja, Leute, macht das gerne, aber behandelt die auch mit entsprechendem Respekt. Auch wenn wir auswärts fahren, werden wir normalerweise immer respektvoll aufgenommen, schaut, dass es da nicht irgendwie zu Stress kommt, hat ja dann auch mittlerweile immer alles Auswirkungen auf den Verein und noch längere Strafen. Also keiner hat Lust dann, dass im Endeffekt sich das dann auf irgendwelche Heimspiele auswirkt und wir dann nicht mal mehr dies schauen dürfen international. Also wäre sehr schade. Deshalb, ich habe es auch mitbekommen, Basti, vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Marvin wollte auch nochmal recherchieren, vielleicht, wenn er dann dazu kommt. Ob er noch was in Erfahrung bringen konnte. Weißt du da mehr drüber, Basti? Ja, also über den Verfasser, glaube ich, zuckt jeder so ein bisschen mit den Schultern. Also was allzu offiziell ist, ist das nicht, weil ich glaube tatsächlich, wenn es so eine Botschaft wäre, die es dann sein könnte, würden die nicht bei uns in WhatsApp landen. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann würden die in Kreisen rumgehen, die dann damit was zu tun haben, die sich dann dementsprechend organisieren. Aber die wären, glaube ich, nicht so blöd, dass das irgendwie, keine Ahnung, dann bei uns allen irgendwie landet. Und ich glaube einfach nur, dass irgendjemand gesehen hat, okay, die Lüttich-Fans haben dich hier am Römer verabredet. Das ist jetzt schon schwierig, muss ich aufpassen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es auch so toll finden würde, wenn er plötzlich 3000 aus Lüttich am Römer da feiern. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt aber auch mit Sicherheit keinen Aufruf starten, zu sagen, ey, verhindert das. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt passieren wird. Ich glaube, da wird eh Polizei da sein. Ich weiß auch nicht, ob es so klug ist, zu sagen, okay, wir treffen uns da, wo die gegnerische Mannschaft immer mehrere Sachen feiert. Also eine kleine Provokation, dererseits kann man das schon unterstellen, glaube ich. Ja, also eine provokative Geschichte ist es auf jeden Fall. Ja, aber dann fangen wir doch dann damit an, dass das eine Provokation von den Lüttich-Fans ist und dann muss man gucken, dann sieht das irgendjemand, der dann verbreitet diese Nachricht, der reagiert dann mit einer Gegen-Provokation in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben die Situation jetzt hier. Das heißt, ich würde da gar nicht anfangen zu sagen, oh, die Eintracht-Fans sind hier die Ansicht, sondern man muss halt gucken. Na, darum ging es mir jetzt auch gar nicht und ich glaube auch nicht unbedingt denen, die uns das geschickt haben. Also man kann ja schon, wenn von dem Gegner die Provokation kommt, so nach dem Motto, ey, wir gehen jetzt mal bei euch irgendwie mittig an die Stadt, da wo ihr normalerweise immer eure Dinger feiert und setzt uns da mal hin. Das ist ja provokativ, definitiv. Dann kann man schon sagen, okay, dann lasst uns doch mal gucken, ob wir vorher da irgendwie hinkommen. Das finde ich jetzt auch noch irgendwie okay, solange das eben alles friedlich bleibt. Von daher gab es ja nochmal diese Ergänzung, die Dennis gerade eben schon auch erwähnt hat, zu sagen von wegen, ey, wir wollen freundlich empfangen werden. Also empfandet die Leute auch freundlich, wenn ihr das wirklich machen wollt. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt unbedingt die Leute dazu aufrufen würde, irgendwie Schule zu schwänzen oder sich krank zu melden oder irgendwas. Das ist schon wieder so ein bisschen, wo ich sage, oh, also das ist jetzt vielleicht auch nicht so das Gescheiteste, das da jetzt irgendwie zu machen. Naja, aber ihr habt ja schon gesagt, solange es friedlich bleibt, fände ich es schon lustig zu sagen, okay, Leute, ihr könnt euch gerne irgendwo treffen und friedlich hier euer Bier trinken, aber nicht da. Wir sind jetzt plötzlich schon 5000 Frankfurt-Fans, die dann da auch einfach feiern. Ich will hier gar nicht von Randale sprechen. Nee. Einfach zu sagen, man sieht, dass sie sich da treffen und dann treffen wir uns halt auch da. Ja, solange das so abläuft, zu sagen von wegen, ey, wir waren aber als Erster hier und das ist unser Platz und hier habt ihr ein Bier und dann war es auch schön und dann sucht euch bitte einen anderen Platz und dann sehen wir uns nachher im Stadion. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Wenn man das so macht, ist das ja alles fein. Ich glaube auch, dass das so wird. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich erlebnisorientierte Fans, die werden mit Sicherheit nicht solchen offiziellen Aufrufen folgen, weil die dann damit rechnen müssen, dass da sowieso Polizei ist. Das heißt, sollte es hier in der Fachsprache Drittort-Auseinandersetzungen geben, werden die mit Sicherheit nicht auf dem Römer stattfinden. Drittort-Auseinandersetzungen. Ist das der offizielle Wortlaut, wie er in der Wikipedia steht für sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich einfach, man kann ja gucken, was da passiert. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich da groß mit zu beschäftigen. Das ist wieder so ein Ding, da kriegst du dann wieder Nachrichten und liest irgendwelche Tweets, wo Leute sagen, das ist ein Aufruf zur Gewalt. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Also einen Aufruf zur Gewalt lese ich da jetzt nicht. Ich lese da jetzt erstmal ganz offensichtlich einen Aufruf zum Schulschwänzen. Darüber kann man ja sprechen, aber ich weiß doch genau, was morgen wieder Ja, natürlich, natürlich. Ganz ehrlich, da sind morgen dann 10, 20 dabei, die saufen morgens schon, dann gibt es von denen welche, dann werden 15, 20 Flaschen irgendwo hingeworfen. Ja, oder irgendeine Püro-Scheiße dann reingeschmissen. Das ist es ja. Und deswegen habe ich keinen Bock, gerade in die Diskussion, zu der wir gleich noch kommen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will da auch gar keinen, ich sage dazu auch nichts mehr. Basti, aber doch, man muss schon sagen, du sagst gerade genau das Richtige, da fahren 5000 Frankfurter dann vielleicht hin und machen da Dings. Dann sind zwei, drei, vielleicht auch fünf Idioten dabei, die im Endeffekt wahrscheinlich wirklich, René, dann greife ich deins auf, wahrscheinlich noch in die Schule gehen müssten. Ähm, wahrscheinlich sogar alter Hauptschulabschluss oder sonst irgendwas, also, äh, einfach noch junge, junge Leute, die überhaupt nicht kapieren, was sie da wieder für eine Scheiße bauen, dann irgendwie wieder Flaschen geworfen werden, wie, wie du Basti schon sagt. Oder irgendeine Püro-Mistern. Ja, aber Spoiler, die hätten wahrscheinlich auch ohne den Aufruf an dem Tag früher die Schule verlassen und irgendwie um elf das erste Bier getrunken. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das ist das Problem. Ja, aber nicht alle haben Römer, eben, das ist ja dieses Ding, das Ding geht jetzt rum, das kriegen so viele Leute natürlich, ganz selten. Wollen sich ein bisschen profilieren darüber, dann denken sie, oh geil, da können wir hier ein bisschen einen auf dicke Hose machen, oh, da wollen sie ein bisschen Anerkennung dafür. Man kennt es ja, wie es ist, warum passiert das so oft auch im Stadion und so weiter, so ein Mist. Also, das nervt mich jetzt schon wieder, weil das dann am Ende wieder heißt, die asozialen Frankfurter und da wird wieder angegriffen und was weiß ich. Und dann denke ich mir nur, Leute, bitte, also, wenn, wenn dann gerne freundlich und Dings und geht was mit denen trinken und macht das und geht auch gerne da sehr früh hin und belagert den Platz schon, dass die überhaupt ausweichen müssen, gerne. Nur nicht wieder so einen Scheiß, weil es ist immer wieder, dass es dann wieder, ach, die UEFA ist ja dann auch so geil und sagt dann, oh, wir haben mitbekommen, da gab es wieder Randale in Frankfurt, wir sperren die jetzt auch für die Heimspiele, wo du sagst, Leute, das hat überhaupt nichts damit zu tun, es war weder im Stadion noch in der Nähe vom Stadion, das interessiert dann aber wieder keinen. Ja, natürlich nicht. Das nervt. Also deshalb hoffen wir einfach mal, dass nichts passiert und dann sind wir doch alle. Und selbst wenn was passiert, dann ist es auch nichts Schlimmes, mein Gott. Also ich sage nicht, dass da was passieren soll, aber ich sage, wenn was, da passiert, ist genau das, was Dennis gesagt hat. Ja, aber das... Dann gibt es dann Brüllen, die sich da an. Ganz ehrlich, Leute, die Lüttich-Fans werden auch nicht nur Korken an mir mit herbringen, aber das ist dann halt und das wird... So ist es nämlich, ja. Das wird jeder überleben. Da kommt halt keiner drauf. Nein, aber das wird jeder überleben, alle Leute. Es wird nichts passieren. Genau wie, ja, ich bin es auch leid, immer darüber zu sprechen, weil, wie gesagt, das haben so viele verschiedene Seiten. Wir wissen doch alle nicht ganz genau, was, äh, wer da wo zu aufgerufen hat. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das kein offizieller Ultras-Frankfurt- oder Hooligan-Aufruf ist. Im Gegenteil, die würden das nicht auf diese Weise machen. Wenn das ein paar Leute machen, dann, ja. Und klar, ich finde diese Aufrufe auch gut zu sagen, seid gastfreundlich zu denen. Leute, aber das wird nur so lange gehen, wie die auch Bock drauf haben. Also, ich kann ja zu jemandem gehen und sagen, ja, hallo, wie herzlich willkommen, du darfst zwar nicht auf der Römer, aber ich springe dir sehr freundlich gegenüber. Wenn der mir dann eine Flasche in die Fresse haut, ja, da habe ich auch nichts davon. Ja, das ist gut, klar. Also, ich habe einfach immer das Gefühl, die Leute gehen davon aus, dass das, was passiert, immer nur von Eintracht-Fans abhängt. Sehr gut, ja. Es war in Gimaraisch das Gleiche so. Ja, dann werf doch keine Stühle. Ja, vielleicht wurden aber auch auf uns Stühle geworfen. Klar gibt es dann welche, die überreagieren oder die auch Scheiße bauen, aber immer dieses Ständen. Und weil das würde nämlich, diese ganze Spaltung treibt das ja nur voran. Und dann halt, ich sehe dann auch schon wieder die Leute, ja, das hier, die Ultras, die haben das gemacht. Die verstehen auch gar nicht, dass das mehrere hundert, fast tausend Leute dann sind, wo auch irgendwelche Leute, ja, dann sagt keine Ahnung. Also, das ist ja in jedem Freundeskreis. Wenn Dennis jetzt mit 30 Freunden Geburtstag feiert und da ist einer, der, weiß ich nicht, irgendwie Scheiße baut, kann ich auch nicht zum Dennis sagen, hier, Dennis, du und deine ganze Gegner, ihr seid alle Assis, so. Stimmt wahrscheinlich, aber. Kannst du schon. Sagen kannst du alles, ob das nachher dann Realität ist, ist eher die andere. Nee, mich nervt das. Mich hat das jetzt auch, wir kommen ja jetzt im längeren Teil dazu, mich nervt einfach dieses ständige, ja, immer diese absoluten Diskussionen zu führen nach jedem Vorfall, das nervt mich sehr. Ja, muss ich sagen. Ja, dann lass uns doch gerade dabei bleiben, weil es ja gerade da eigentlich auch thematisch ganz gut anschließt. Und es gab jetzt das Urteil der UEFA in Bezug auf eben diese Thematik in Guimari, du hast es gerade eben ja schon angesprochen, wo eben diese Situation war, dass Heimfans relativ dicht am Eintracht-Auswärtsblock dran waren, die eben dann provoziert haben und Sitzschalen geworfen haben. Die kamen eher, die waren nicht so nah da, die kamen, die kamen dahin, gelaufen. Okay, sie wären näher dran gewesen und kamen dann noch näher ran und warfen mit Sitzschalen, die dann freundlich, wie wir eben sind, gastfreundlich gedacht haben, ach, da kann jetzt keiner sitzen, das ist doof, deswegen geben wir sie mal zurück. Nicht nur, bevor es jetzt auch wieder heißt, natürlich sind auch im Frankfurt-Block in Blöcken unten welche rausgenommen worden von Einzelnen. Ja, gut. Also ja, ich glaube, das ist ja auch eine Situation, das ist schwierig jetzt im Nachgang zu beurteilen, jedenfalls kann man sagen. Wenn, dann bitte nur von Leuten, die dort waren, das ist das Allerschlimmste. Dieses, äh, 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 äh. Da standen Marvin, standen, Marvin und ich standen da mit unseren Mädels, so. Dann haben wir Mädels gesagt, ey, geht mal da hoch, hier ist irgendwas Merkwürdiges. Dann stehst du dich da hin und dann die, die Portugal-Fans, die schreien dich an, du schreist zurück, bla bla, wie das halt immer so ist. Und innerhalb von drei, vier Minuten war die Polizei auch schon da. Und die Leute, ganz ehrlich, wenn wir gleich über Kollektivstrafen reden müssen, an diesem Abend wäre es ein leichtes gewesen, diese Leute, die von Frankfurter Seite Stress gemacht haben, einzeln zu bestrafen. Die kannst du einzeln Ding festmachen und sagen, hier, du hast gerade eine Sitzschale rausgerissen und hast sie dorthin geworfen. Da waren so viele Polizisten, die waren so krass ausgerüstet. Das waren sogar zwei Einheiten. Die eine hat einen blauen, die andere hat einen schwarzen, komplett ausgerüstet. Das wäre easygoing gewesen, weil das auch nicht viele auf Frankfurter Seite waren. Im Gegenteil, Frankfurt-Fans wurden ja aber weiter zurückgedrängt, im Gegensatz zu den Portugal-Fans, wo gar nichts passiert ist. Die standen weiterhin da und haben zugeschaut, wie wir von der Polizei weggedrängt wurden, obwohl die angefangen haben zu provozieren. Das heißt nochmal, liebe Twitter-Empirier, was weiß ich was. Das heißt nicht, dass es keine Eintracht-Fans gab, die sich auch unkorrekt verhalten haben. Sicherheit gab es das. Aber nicht in dem Maße, wie es dann im Nachklang besprochen wurde. Im Leben nicht. Und wenn wir dann gleich über die Strafe sprechen, sprechen wir auch nochmal über was anderes. Natürlich ist das nicht nur eine Strafe dafür, sondern es ist jetzt die Summe. Trotzdem, dass es jetzt wegen sowas passiert ist, finde ich trotzdem merkwürdig, weil das mit Sicherheit nicht von Eintracht-Fans ausging. Überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz. Am Anfang standen wir nämlich noch da und haben die ausgelacht, weil die die Melodie in ihrem Vereinslied einem Sailing haben und sich das für uns wie ein Portugiesisches nur nach Hause gehe ich nicht anhörte und der ganze Eintracht-Blog nur nach Hause gehe ich nicht gesungen hat. Das war noch friedlich. Es gab sogar am Anfang noch irgendwie Applaus für irgendeinen Ordner, der da war. Also du hast am Anfang gedacht, ach guck mal, in der Stadt war nichts los. Da war nicht irgendwie, dass du dachtest, oh Gott, da vorne passiert was. Die Leute waren freundlich, du hast wirklich dieses Tallinn-Gefühl gehabt. Die Leute haben Bock, dass wir hier sind, das ist ein kleiner Verein, die freuen sich, dass sie viele Fans sind. Und da hatte man auch die ganze Zeit, bis dann plötzlich auf der Gegentribüne immer mehr Leute sich gesangelt haben und Richtung Gäste-Blog gelaufen sind und der Puffer-Blog überhaupt nicht von Ordnern bewacht wurde. Und dann standen die plötzlich direkt vor unserem Blog und haben dann angefangen irgendwie rumzuschreien und was weiß ich. Jeder kennt das. Das gibt es auf jedem Dorffest, wenn einer anfängt, den anderen anzubrüllen. Dann gibt es eine Gruppe und dann schreit der andere, hey, hey, was ist los, bla bla bla. Fällig übersichtliche, harmlose Situationen. Das ist dann, wie gesagt, da sind ein paar Sachen dann geflogen. Man muss aber auch dazu sagen, es gab nicht einen einzigen Verletzten. Die Polizei hat das auch einigermaßen gut gemacht. Die waren am Anfang sehr aggressiv, haben dann aber auch sich irgendwann beruhigt. Haben dann teilweise selber schmunzeln müssen über einzelne Szenen. Alles easy going. Nur jetzt mal, um diesen Fall gesondert zu betrachten. Also fest steht, und da war ich eins zu eins dabei, dass die Provokationen eins zu eins zu 100 Prozent gegen die Provokationen von den Gamer-Reich-Fans aus. Die Ordner von denen haben das tatsächlich begünstigt, weil die die einfach zu uns gelassen haben. Und natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass in einem Eintracht-Blog, weiß ich nicht, von 4.000 vielleicht, dass da nicht ein paar dabei sind, die dann da stehen, 10, 20 Leute, die sich dann, wenn die provoziert werden, nicht provozieren lassen, beziehungsweise genauso wie die Provokationen reagieren. Davon muss man leider ausgehen. Das ist nicht mal ein Eintracht-Fanspezifisches Problem. Das ist, glaube ich, überall so. Das hat dann zu diesen Szenen geführt. Ich will aber nochmal, weil es mich echt krass genervt hat, wenn dann wieder von Ultras geredet wird. Die Ultras standen ganz woanders. Die Ultras standen in der Mitte von diesem Auswärtsblock. Und dieser Block, wo das passiert ist, das war der Block, wo Leute wie ich Karten gekriegt haben, die das über irgendwelche Eintracht-Connections kriegen. Also das war mit Sicherheit kein Problem-Block dort. Da standen viele, wie gesagt, unsere Freundinnen waren dabei. Das war, wie gesagt, kein, das ist nicht so, dass du sagst, okay, die haben jetzt den Ultrablock-Angriff. Nee, da standen ganz normale Leute, die dann natürlich auch welche unter sich hatten, die sich haben provozieren lassen. Aber nur, um das jetzt nochmal in Relation zu setzen, weil ich glaube, im Nachklang, und jetzt lasse ich euch endlich über die Strafen sprechen, sorry. Im Nachklang wurde mir das zu eindeutig bewertet, zu sagen, ja, selbst schuld, ist klar, dass ihr dann jetzt eine Strafe kriegt. Weil das ist es nicht. Die einzige Erklärung, die ich gelten lasse, ist, dass das jetzt einfach ein mini-kleiner Teil war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber einzeln kann es das nicht sein. Nee, also würde ich jetzt in der Tat auch nicht so sehen. Man muss aber eben auch dazu sagen, die Eintracht war nach den letzten Themen auf Bewährung, die ja auch im März dann nochmal um ein Jahr verlängert worden ist. Und das war jetzt dann, wie du schon sagst, so diese, das letzte Stück, was die UEFA jetzt dazu bewogen hat, da jetzt eben eine härtere Strafe auszurollen. Die Entscheidung jetzt nach diesem Urteil ist, dass die Portugiesen 50.000 Euro Strafe zahlen müssen. Und wir die Schäden, also die Eintracht, die Schäden, die entstandenen Schäden bei Guilmarisch ersetzen muss. Und dass wir eben eine Auswärts-Fansperre für die beiden verbleibenden Auswärtsspiele einmal am 7. November in Lüttich und am 28. November in London aufgepumpt bekommen haben. Finde ich schon krass, weil ich tatsächlich damit gerechnet hatte, dass Lüttich damit tatsächlich nicht funktioniert, auswärts in den offiziellen Frankfurt-Block zu kommen sozusagen. Dass London da auch mit betroffen ist, finde ich schon krass, dass es gleich zwei Spiele sind. Ich glaube, es wird auch nochmal geschaut, ob man nicht doch nochmal dagegen zumindest Einspruch einlegt. Oder ist sogar schon passiert, ich weiß gar nicht. Das war zumindest, wie ich das verstanden habe, war das ja erstmal so die direkte Info nach diesem, nach dieser Ausschusssitzung, dieses, weiß ich nicht mehr genau, wie das betitelt wird. Aber das ist ja irgend so ein UEFA-Ausschuss, der dann da quasi über diese Strafen entscheidet. Und so wie ich Hellmann verstanden hatte, würde man quasi jetzt nochmal diese offizielle schriftliche Mitteilung abwarten und würde dann nochmal versuchen, dagegen vorzugehen. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal so zumindest die Aussage, die da erstmal jetzt steht. Ich muss wirklich sagen, ich kann es auch völlig verstehen. Also ich bin da, ich gehe da mit Basti hundertprozentig mit. Es ist natürlich wirklich schlecht gelaufen, dass weder Leute dann auch nicht sozusagen individuell bestraft werden, sondern es eine Kollektivstrafe gibt. Was ich aber umso krasser finde, ist tatsächlich, dass du jetzt ja eigentlich, das sind ja dann schon drei Spiele, wo ein zumindest Teil- oder Gesamtausschluss stattfindet. Das finde ich schon heftig. Jetzt ja auch am Morgen ist ja witzigerweise der VIP-Bereich ja gesperrt. Oder zumindest eine davon. Ein Block. Von den Business Seeds unten, genau. Also musst du ja schon sagen, schon crazy. Ich habe auch heute irgendwas gelesen, dass tatsächlich da wohl auch Sponsoren der UEFA dabei sind, die da nicht ins Stadion können, weil Stadion ja ausverkauft ist. Ja, die haben da halt auch Plätze. Richtig. Richtig. Also merkst du natürlich auch irgendwie eine seltsame Sache. Gut, es ging ja darum, dass irgendwie von da aus Sachen gerufen und geschmissen wurden. Ist eine andere Geschichte, finde ich trotzdem okay. Da haben wir schon eine Strafe bekommen. Dann haben wir jetzt noch im Endeffekt das Lüttich-Spiel. Da hätte ich auch noch gesagt, wow, krasser Mist. Hier ist jetzt, hätte ich mal, ein Gegner-Vollausschluss von uns. Also auswärts, wir dürfen nicht fahren. Aber dass sogar London damit jetzt auch noch passé ist, ist schon, finde ich, eine super harte Entscheidung. Denn man muss ja wirklich sagen, klar, es sind ein paar Vorfälle gewesen mit ein bisschen Pyro und so weiter. Auf der anderen Seite, was da teilweise auch mit diesem ganzen Rassismus-Scheiß und so weiter gelaufen ist und was da dann für lächerliche Strafen oder was dann für Urteile entsprechend da gefällt werden, finde ich dann schon, steht wieder in keiner Relation. Weiß ich nicht, ob man das auch miteinander irgendwie vergleichen kann, die Sachen. Wahrscheinlich nicht. Es ist aber natürlich für uns eine Sache, Lüttich-Spiel okay, kann ich verstehen, weil, René, du hast es auch schon gesagt, wir waren auf Bewährung. Es war sowieso, dann ist es auch noch blöd gelaufen, dass dann im Endeffekt natürlich das jetzt so gewertet wird, dass die Frankfurter waren übel und müssen jetzt noch alles bezahlen, dass da wieder alles hergestellt wird, auch wenn die anderen die Sachen rausgerissen haben. Ist also für uns extrem blöd gelaufen. Auf der anderen Seite, das London-Spiel, verstehe ich überhaupt nicht, dass das da jetzt auch mit betroffen ist. Habt ihr da, warum so hart, warum gleich zwei Spiele? Ist das einfach jetzt, soll da irgendwie nochmal an uns ein Exempel statuiert werden oder was ist da los? Also die genauen Hintergründe kenne ich jetzt natürlich auch nicht, weil ihr jetzt auch nur die Aussagen aus der Presse kennt und da war jetzt ja auch keiner irgendwie bei dieser UEFA-Sitzung von uns dabei. Für mich, was ich so zwischen den Zeilen da rauslese oder wie ich das jetzt interpretiere, ist das ganz klar so nach dem Motto, wir haben es euch jetzt zweimal gesagt, wir haben euch jetzt zweimal die Chance gegeben und jetzt hauen wir euch mal so richtig eine vor den Latz, damit ihr endlich versteht, dass das so ist. Und das ist jetzt so rein, dieses so nach dem Motto, wir lassen mit uns jetzt nicht mehr spaßen, wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen als UEFA, wir hauen euch da jetzt richtig in die Pfanne. So interpretiere ich das jetzt erstmal für mich. Das kann richtig sein, das kann aber auch eine falsche Interpretation sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Basti, wie siehst du das denn? Was ist mit diesem London-Spiel? Warum? Auch noch zusätzlich. Ich habe genauso im Dunkeln wie ihr und ich bin genauso sauer wie du, Dennis, dass so vergleichbare Sachen, weißt du, die Hitlergrüßchen in Rom, die wurden überhaupt gar nicht irgendwo mal aufgenommen und das, es wird völlig außer Acht gelassen, wer dann wann provoziert hat und was auch der gastgebende Verein einfach für Versäumnisse hatte, wenn er es nicht schafft, einen Pufferblock einzurichten, wie das Usos mittlerweile ist. Also zu sagen, ey, hier, der Block bleibt zu, dann können die Fans gar nicht irgendwie im Stadion, haben gar keinen Kontakt. Dann hat sich sowas zum Beispiel zumal erledigt. Es ist mir unbegreiflich, wie das nicht gemacht werden kann. Und dann diese Strafe zu sagen, ey, was mir in dieser Diskussion komplett bei jeder detaillierten Diskussion über die Strafe jetzt immer zu kurz kommt, ist dieses, dass es selbstverständlich ist, dass man einfach Vereine kollektiv bestrafen kann. Oder auch, so, das hatten wir ja schon oft jetzt, dass das einfach hingenommen wird, zu sagen, ey, klar, da sind 20 Leute, die haben Scheiß gebaut, natürlich dürfen jetzt 1500 da nicht hinfahren. Natürlich muss der Verein dafür bestraft werden. Ganz ehrlich, dann, ich habe das Gefühl, die Leute wollen auch gar nicht die einzelnen Leute bestrafen. Zu sagen, ey, da sind jetzt hier, da sind, keine Ahnung, die und die Anzahl an Leuten, da ist so und so viel Polizei, die haben die jetzt rausgezogen, haben die bestraft und wurden dann quasi einfach nach, ja, irgendwelchen Gesetzen verurteilt. Wenn, ich weiß ich nicht, wenn Dennis und ich jetzt in den Güntersburg-Park gehen und reißen da eine Bank raus und schmeißen die auf die Wiese, dann gibt es mit Sicherheit eine Handhabe, die die Polizei hat, Dennis und mich zu bestrafen. Dann können die doch aber nicht komplett, Dennis und meine Familie irgendwie, wir dürfen jetzt alle nie mehr im Park, Alter. Also, ich verstehe nicht, dass da nicht irgendwie probiert wird, okay, gerade auch, weil die UEFA friedliche Fans auch dadurch verliert, das versteht ja niemand. Es werden Fans, die nie vorhatten, was zu tun und die auch nichts getan haben, werden gegen die UEFA aufgebracht und das verstehe ich nicht. Und das Einzige, was ich mir erklären kann, diese Kollektivstrafen sind dazu da, dass Fanszenen sich untereinander spalten, dass Leute, die mal missgebaut haben, ausgegrenzt werden sollen, gerade von den friedlichen Fans, diese Spaltung stattfindet, obwohl, wie Dennis sagt, es viel, viel schlimmere Sachen gibt. Und in Frankfurt hat das Gott sei Dank nicht funktioniert, aber es ist auch immer wieder eine harte Arbeit, dass das nicht funktioniert, weil es immer wieder diese Stimmen gibt, äh, ihr braucht euch nicht wundern, wegen euch darf ich da jetzt nicht hin. So, dass es Leute gibt, die das einfach so sehr akzeptiert haben, die sagen, okay, da waren zehn Leute, die haben, die haben Stühle geschmissen, das ist mit Sicherheit das allergrößte Problem im Fußball und deswegen darf ich da jetzt nicht hin und nicht einfach vergessen, dass Verbände willkürlich Strafen verhängen, dass Heimvereine und Polizisten irgendwelche oder Ordnungsdienste das auch mit provozieren und so weiter. Das wird alles außer Acht gelassen. Im Endeffekt schaffen, die Verbände schaffen genau das, was sie wollen, zu sagen, der schwarze Peter liegt hier nur bei den Fans und da ist es auch egal, was für ein Fan du bist. Du kannst ein ganz normaler Fan sein, wenn du in einem Eintracht-Auswärtsblock bist, wirst du irgendwie durch irgendwas irgendwann mit bestraft. Und das Einzige, den einzigen Reflex, den die von mir verlangen ist, dass ich dann auf diejenigen sauer bin, die es verurteilen oder selbst, dass ich alle, die nahe stehen, ich soll einfach am besten alles verurteilen, wo einer mal eine Kippe auf den Boden geschmissen hat. Das ist doch das eigentlich. Und darüber wird nie gesprochen, um zu sagen, ey, und Leute, ganz ehrlich, für was sollen Strafen eigentlich sein? Strafen sollen doch abschreckende Wirkung haben, zu sagen, dass wir wollen, dass das nicht mehr passiert. Das ist ja eigentlich das Ziel einer Strafe, oder nicht? Zu sagen, du kriegst eine Strafe, weil ich will nicht, dass das, was da passiert ist, nochmal passiert, dass jemand anders das auch macht, weil er Angst vor der Strafe hat. So, so sehe ich das. Dass wenn dir einer sagt, ey Basti, wenn du jetzt in die Bank gehst, nimmst du das ganze Geld, was du da finden kannst, gehst raus. Darfst du nicht, weil, du hast gesehen, das hat jemand vor dir schon mal probiert, deswegen musst du so und so lange ins Gefängnis. Dann denke ich mir, ah, scheiße, mache ich nicht. Weil, Gefängnis ist auch irgendwie langweilig, da gibt es keinen Fernseher, was weiß ich was. So, Strafe jetzt hier, was bringt das? Hat das jemals irgendwas gebracht? Wenn selbst der grindlige damals DFB sagt, okay, wir müssen weg von den Kollektivstrafen kommen, wenn die auf den Trichter kommen, die, diese konservative Scheißhaufen, wenn der sich das denkt, dass da nicht mal eine Generaldebatte im Fußballschiff sind, zu sagen, nee, das können wir nicht mehr machen. Und wenn die ihre Law-and-Order-Politik durchsetzen wollen, dann müssen die halt gucken, wie Möglichkeiten finden, wie die Einzelleute bestrafen. Ja, vielleicht auch noch. Weil es gibt in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich so, dass du deine Hilflosigkeit dadurch irgendwie übertünchtst, zu sagen, ah, wir können dem ganzen Problem nicht habbar werden, wir bestrafen alle. Ja, und vor allen Dingen ja nicht nur, wir bestrafen alle, sondern wir bestrafen alle irgendwie willkürlich und nicht vergleichbar. Du hattest gerade eben das Beispiel mit, du gehst in die Bank und nimmst das ganze Geld mit. Da ist ja eine gewisse Vergleichbarkeit auch noch irgendwie drin, zu sagen, okay, jemand, der das vorher schon mal gemacht hat, der hat irgendwie, musste drei Jahre in den Knast, also musst du jetzt auch drei Jahre in den Knast. Diese Verhältnismäßigkeit oder diesen Vergleich sehe ich jetzt hier nicht. Ja, in der einen Situation gibt es Ausschreitungen und welcher Form auch immer, da passiert irgendwie nichts. Beim nächsten sind es dann irgendwie 20.000 Euro, hier sind es dann irgendwie zwei Auswärtsspiele und das, also es ist ja auch total un-, also ich sehe da nicht irgendwie eine Einigkeit zwischen den verschiedenen Strafen auch in dem Fall, sondern es ist so, ja, Frankfurt, über die haben wir jetzt hier schon dreimal gesprochen, das sind sowieso alles irgendwie Vollidioten, also kriegen die jetzt das? Was ist denn das bitte für eine Bewertungsgrundlage? Ja, das ist es halt, also das fehlt, das fehlt, das kommt ja noch oben drauf, also es kommt ja noch oben drauf, dass du dieses Instrument überhaupt benutzt und wie du es dann benutzt, das ist ja beides irgendwie Kacke. Die, die Sache ist so, wir können es jetzt nicht ändern, aber trotzdem finde ich zwei Spiele auch hart. Ich finde auch hart, weil man darf ja auch nicht so tun, die haben ja auch immer so getan, ja, die Eintracht, die ist die Eintracht, die ist ja auch immer mit blauem Auge davongekommen, selbst schuldwendig ist immer. Die vergessen völlig, dass wir für diese Sachen, wo wir mit blauem Auge davongekommen sind, auch Strafen gekriegt haben. Also du zahlst, das ist ja nicht so, dass du da straffrei rausgegangen bist, zu sagen, ey, du bist jetzt viermal schwarz gefahren, beim Dreimal habe ich dich einfach weiterfahren lassen. Nee. Also blaues Auge ist nach meiner Definition... Blaues Auge ist immer nur auf diesen Zuschauerkram bezogen gewesen, der ist ja trotzdem bestraft worden für irgendwelche Sachen. Ja, da gab es trotzdem irgendwie Geldstrafen oder sonstige Dinge und es ist ja auch nicht so, dass da jetzt auch nicht irgendwie einzelne Menschen nicht trotzdem irgendwie auch bestraft werden, sondern da gibt es ja auch Menschen, die ja trotzdem dann rausgezogen werden und entweder eben von der lokalen Justiz irgendwie was bekommen oder halt eben Stadionverbot, sondern, ja, also da gibt es ja schon Bestrafungen in welcher Form auch immer, sondern das ist jetzt ja wirklich nochmal dieses, wir hauen nochmal kollektiv einen drüber. Ich habe dem zwar schon zweimal auf den Kopf gehauen, aber jetzt nehme ich eben nochmal den Stuhl und haue halt nochmal zu, damit er es letztendlich komplett versteht. Völlig unverständlicherweise einfach auch, weil ganz ehrlich, wenn die Eintracht jetzt, wenn die Eintracht sich irgendwann nicht mal mehr für die Europa League qualifiziert oder irgendwelche Mannschaften, da Bock drauf, dann sollen die den Scheiß allein machen. Also die UEFA wirbt mit den Bildern, ganz ehrlich, die UEFA wirbt hier mit Eintracht-Fans und ja, und die haben dir den Euroleague aufgewertet und bla bla bla, dass da nicht irgendwie probiert wird, eine Lösung zu finden. Und nochmal Leute, ich sage nicht, dass das unbestraft bleiben soll, aber man kann es so nicht machen. Dabei bleibe ich. Das ist für mich kein Instrument zu sagen, das ist gerechtfertigt. Und jeder, der das akzeptiert hat und sagt, ja ist doch klar, ihr seid doch selber schuld, die Chaoten, der ist ein Stück weit schon gebrochen, weil er das einfach akzeptiert. Zu sagen, ja die haben gesagt, dass sie das machen und wenn du das dann trotzdem machst, dann bist du selber schuld. Wer so durch sein Leben geht, das finde ich bedenklich, zu denken, das wird gar nicht mehr hinterfragt. Zu sagen, ja, aber die Eintracht-Fans sind doch asozial und ist doch ganz klar, wenn dann fünf Leute Stress machen, ist doch klar, dass dann 5000 da und da nicht hinfahren dürfen. Das ist eben nicht klar. Daran haben wir uns vielleicht jetzt gewöhnt. Und dieses, dass ich jetzt einfach ganz ehrlich, guck mal, ich war jetzt da, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich darf jetzt da und da nicht hinfahren. Auf wen bin ich jetzt sauer? Auf denjenigen, der Scheiß gebaut hat? Oder auf denjenigen, der sich diese merkwürdige Strafe ausdenkt? Und da trennt sich es halt bei der Eintracht-Kasse momentan. Die einen sind auf diese Fans sauer, die das gemacht haben. Und ich gehöre erst zu der Fraktion, der auf denjenigen sauer ist, der diese Regeln überhaupt bestimmt, dass das überhaupt so ist. Weil ich in anderen Lebensbereichen das auch nicht gerne hätte. Zu denken, okay, ich werde jetzt hier in irgendeine Sippenhaft genommen. Weil irgendwie, ich verteidige es ja nicht. Es gibt ja auch die anderen Fraktionen, die sagen, da ist überhaupt nichts passiert. Das stimmt ja auch nicht. Wir können uns alle darauf einigen, da ist was passiert. Die andere Frage ist, auf wen bin ich jetzt sauer? Aber auf denjenigen, der die Straftat, ein Straftat ist ja nicht mehr, das sind meistens Ordnungswidrigkeiten. Wer das begangen hat? Oder bin ich auf denjenigen sauer, der das ausnutzt, um mich auch noch mit zu bestrafen? Das ist doch hier die große Frage. Also erstmal der Vollständigkeit halber, also auch eine Ordnungswidrigkeit ist ein Übertreten von Gesetzen. Auch das kann betraft werden, Punkt. Aber ich gebe dir natürlich recht. Das ist ja keine Straftat, oder? Das ist nicht die Frage, wie du Straftat auslegst. Da kannst du wahrscheinlich auch irgendwie von Anwälte fragen und kriegst irgendwie acht unterschiedliche Aussagen. Aber du hast in dem einen Punkt ganz recht, dass dieses Hinnehmen von diesen Kollektivstrafen tatsächlich auch nur da im Fußball irgendwie funktioniert. In keinem anderen Bereich der Gesellschaft würde es funktionieren, dass du beispielsweise sagst, in Berlin fahren immer die BMW-Fahrer über die rote Ampel, deswegen darf kein einziger BMW mehr nach Berlin rein. Da würden sich Millionen von Menschen auf die Straße begeben und dagegen beschweren und hier wird es hingenommen, so nach dem Motto, da sind eben, wie du schon sagst, diese fünf Idioten schuld, dass ich nicht mehr ins Stadion kann. Nee, die haben das nicht entschieden. Es funktioniert tatsächlich nur beim Fußball und das ist das Traurige dabei. Ja, wahrscheinlich ist es sogar noch rechtlich abgedeckt, weil die danach Hausrecht haben. Das hat mir auch schon einer vorgeworfen. So ist es, ja. Trotzdem kann ich Scheiße finden, oder? Also das ist doch die Frage. Es ist halt trotzdem alles Kacke. Ich habe mich auch plötzlich gefreut, ich habe mich auf London gefreut und jetzt können wir da nicht hin, aber ich verschwende meine Zeit nicht darauf, sauer zu sein, dass da ein paar Leute gibt, die Stress machen. Das weiß ich. Wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich die Leute ablehnen würde, komplett ablehnen würde, die mich irgendwie so sauer machen würden, dass ich damit gar nichts zu tun haben will, dann würde ich schon lange nicht mehr zu Eintracht gehen. Das heißt, wenn ich zu Eintracht gehe, weiß ich, da sind ein paar dabei, die überschreiten auch mal eine Grenze. Das weiß ich. Und wenn die dann sowas machen, wie du es gesagt hast, René, wenn die das in Italien machen, dann haben die auch tatsächlich damit zu rechnen, dass die dann in Italien im Gefängnis landen. So, zum Beispiel. Damit habe ich da nichts zu tun. Ich bin auch nicht dazu da, denen zu sagen, was sie tun sollen. Nur ich kann ja da für mich entscheiden, okay, so weit gehe ich. Ich schreie auch mal rum und sage, ey, was geht ab, bla, bla. Aber ich würde nichts machen, wo es irgendwie in Gefahr wäre, irgendwie ins Gefängnis zu kommen. Ja, wird halt jetzt dann auch wirklich spannend, wie das dann gemacht wird. Du hast gerade eben das Thema Hausrecht angesprochen. Die UEFA hat in dem Moment, wo die Spiele da stattfinden, dann da das Hausrecht und kann quasi ja dann über das Stadion entscheiden. Ich finde es dann wieder spannend zu sehen, wie es dann nachher wieder ausgelegt wird, ob dann auch wieder Aufenthaltsverbot für Städte und so weiter ausgesprochen wird oder irgendwas. Weil da hat die UEFA ja dann kein Hausrecht mehr. Ja, aber da ist das Problem, dass natürlich die Städte Angst haben, dass die Leute haben das alle lange vorab gebucht. Ja, aber es wird passieren. Die Leute werden in die Stadt kommen. Die Leute haben die Reisen gebucht. Die haben wahrscheinlich in vielen Fällen keine Möglichkeit, die Kosten sich erstatten zu lassen. Genau, genau so ist es. Wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, 1200 Euro für Flugticket und was weiß ich, wie viele 100 Euro für Hotel in London gebucht habe, dann ärgere ich mich über die Eintrittskarte für x 100 Euro, die ich nicht wahrnehmen kann. Aber dann will ich zumindest vor Ort sein und es werden genügend sein. Und dann sehe ich es nämlich auch schon wieder kommen, so nach dem Motto, ja, die ganzen asozialen Frankfurt-Fans sind jetzt trotzdem vor Ort und dann gab es Ausschreitungen in der Stadt. Ja, warum? Weil ihr die Möglichkeit gehabt hättet, es zu kontrollieren und ihr wolltet es nicht, aber ihr könnt die Leute nicht davon abhalten, da irgendwie hinzureisen. Gut, bei England ist das dann noch eine andere Frage, wie das jetzt mit Brexit und so weiter aussieht, aber es wird halt dazu kommen. So, und dann gibt es wieder irgendwelche Aufenthaltsverboten in Städten, was dann auch wieder total unwillkürlich ist. Ja, willkürlich. Willkürlich, Entschuldigung. Und da hat einer zu viel dran. Ja, Entschuldigung, es ist unwillkürlich. Unwillkürlich. Unwillkürlich rutscht es mir hier raus. Also es wird auf jeden Fall wieder so ausgehen und das sind dann wieder die Dinge, wo ich sage, dass da weit übers Ziel hinaus geschossen wird. Ja. Es ist tatsächlich so, also wie gesagt, klar haben die Eintracht-Fans, Teile der Eintracht-Fans haben da auch echt missgebaut. Wie sind die Strafen trotzdem zu krass, beziehungsweise gehen die für mich in die falsche Richtung. Dass es jetzt so ist, finde ich trotzdem auch übertrieben, weil Dennis hat recht, weil jeder hat damit gerechnet und denkt, scheiße, okay. Wir haben ja von einem Gefühl her, haben wir auch Suft gehabt zu sagen, oh, wir durften da hin, wir durften da hin. Dann ist in Straßburg sogar irgendwie in Straßburg gezündet worden. Dann haben wir da schon mit gerechnet zu sagen, oh Gott, wir dürfen wahrscheinlich nicht mal nach Portugal. Dann durften wir doch. Und dann hat jeder damit gerechnet zu sagen, okay, jetzt ist Bewährung. Und da kann man auch einfach sagen, okay, ihr dürft halt nicht nach Lüttich. Dann wäre das zwar scheiße gewesen, aber dass dann gleich diese Bombe gezündet werden muss, zu sagen, okay, wir dürfen auch nicht nach London. Was zum ersten Mal wirklich auch dieses Ding gewesen wäre, wo ich glaube, ich tatsächlich, jeder, der Bock gehabt hätte, eine Karte bekommen hätte. Also das haben die Kölner ja gezeigt, die waren ja auch mit knapp 20.000. Und wir hatten das in Mailand, gab es irgendwie noch, nachher nicht mehr, aber da gab es Beschränkungen am Anfang in Rom. Es wurde immer verhindert nach Marseille durften wir nicht. Und du hast gedacht, irgendwie geil, das liegt jetzt noch ein bisschen hin, jeder kann lang genug planen. Und wir schlagen da auf jeden Fall mit mindestens 10.000 auf. Und das wird geil und fahren alles dann nach London. Dass die das jetzt kaputt machen, finde ich echt hart. Tut einem tatsächlich auch weh. Und ruft dann wahrscheinlich auch diese Emotionen hervor von anderen Leuten, die ich gerade genannt habe, zu sagen, dass die dann unbedingt nur sauer auf die Fans sind. Und das dann immer unter einen Topf schmeißen mit Ultras. Das hörst du ja immer an, weißt du, die Ultras, die Ultras. Naja, weil sie es halt auch nicht unterscheiden können. Ja, ja, es ist auch in Ordnung, sollen die machen. Die Sache ist, es nervt halt massiv einfach. Und was ich sehr bemerkenswert fand, war ein Satz von Hellmann, der eigentlich immer Pro-Fans war. Der gesagt hat, ja gut, wir müssen jetzt langsam auch mal gucken, wie wir den ganzen Herr werden. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Weil das Probitz nicht der allergrößte Fan von aktiven Fans ist, sage ich mal, hat man spätestens in der Möller-Causa gesehen. Ich hoffe sehr, dass dieses Thema sich einfach erledigt. Und dass meine Angst, die ich jetzt gerade habe, sich einfach nicht bestätigt. Und weil, seien wir ganz ehrlich, wir hatten ja oft schon Krisen, in Anführungszeichen, zwischen normalen Fans und Fankurve, sage ich jetzt mal. Da ist am Ende auch nichts passiert. Und gegen Leverkusen war die Stimmung auch geil und da ist irgendwie nichts gewesen. Ja, aber du merkst halt schon, dass es auf alle Beteiligten irgendwie den Druck und die Eintracht Verantwortlichen sehen sich da jetzt dann auch schon genötigt. Und sei es nur der Form halber Signale in Richtung UEFA oder sonst wo zu senden, dass da eben, ja, dass da jetzt Entscheidungen getroffen werden oder Dinge da halt eben getan werden. Ja, was das Schlimme an diesen ganzen Diskussionen ist tatsächlich auch, dass man vergisst, dass es trotzdem keine tiefgreifenden Probleme in der Frankfurter Fanszene gibt. Es wird trotzdem immer so getan, als wären die Frankfurter Fans ein unkontrollierbarer Haufen, der ständig und überall alles in Schutt und Asche legen würde. Ja, also es klingt irgendwie so, wenn du dir die Dinge, teilweise die Berichterstattung und das so durchliest, dann klingt es immer so, als wenn da irgendwie gebranntschatzt, gemordet und getötet wird. Und das ist das, was mich ja meistens stört und da hat Dennis ja auch schon mal, ihr habt es beide gesagt, das steht tatsächlich in der Berichterstattung und öffentlichen Wahrnehmung und keine Relation zu irgendwelchen Hitlergrüßen, zu irgendwelchen rassistischen Ausfällen, zu irgendwelchen anderen Dingen, die außerhalb des Fußballs auch passieren. Ich habe das Gefühl, da liegt so sehr ein Brennglas drauf, dass da wirklich alles, was passiert, nochmal komplett ins Dreifache potenziert wird. Ja, sofort Goldwaage mit jedem Mist, was da passiert. Natürlich passiert da Mist, natürlich passiert da Mist, dass es da 50 Gemma-Reich-Fans gibt und 10 Eintracht-Fans, 60 Leute insgesamt, die sich gegenseitig Stühle hin und her werfen. Das muss man ja nicht gut finden. Ich finde trotzdem, dass man eine Kirche im Dorf lassen muss, zu sagen, dass sich da irgendwelche Jagdszenen abgespielt haben. Also, ich verstehe trotzdem die Relation nicht und ich weiß, dieser Vergleich ist platt, aber bei jedem Dorffest fliegen mit Sicherheit auch, und Dennis wird es auch kennen, da fliegt auch mal eine Bank von links nach rechts, weil weiß ich nicht was. Ja, ja, klar, logisch. Auf jeden Fall. Das ist ja nicht, ich will es ja nicht gut heißen, ich will trotzdem, ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Diskussion... Du müsstest auch jede Kerben zumachen, hast du völlig... Ja, dass man einfach mal wirklich eine Relation in die ganze Sache setzt und nicht, weiß ich nicht, an die normale Gesellschaft, normale Maßstäbe, aber an den Fußball so null-Toleranz-Politik-mäßig zu sagen, okay, da ist jetzt was passiert, das ist ganz, ganz schlimm. Weil es finden auch überall auf der anderen... Also, wenn du abends weggehst, finden auch Schlägereien statt, dann gibt es hier mal eine Prügelei und da. Das heißt ja nicht, dass es gut ist, trotzdem muss man für sich halt ein Maß finden, Sachen zu beurteilen und wenn dann sowas passiert wie in Portugal, dass man das nicht komplett übertreibt. Ja, das stimmt schon. In der eigenen Wahrnehmung auch zu denken, oh Gott, ich bin jetzt so sehr sauer auf die, weil das sind Leute, die haben irgendwelchen Babys, die Köpfe abgesäbelt. Da muss man halt trotzdem irgendwie für sich auch eine Relation finden, weil das würde die Diskussionen und die Lösungsansätze erleichtern. Weil, dass man eine Lösung braucht, ist ja klar. Du brauchst eine Lösung zu sagen, ey, sowas soll nicht vorkommen, wie schaffen wir das, dass das nicht vorkommt? Und das schaffst du mit Sicherheit nicht mit diesen aufgeheizten Diskussionen von beiden Seiten auch. Also klar, die aktive Fanszene ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, die warten nur drauf, sich mit der UEFA an den Tisch zu setzen. Also, das behaupte ich auch nicht. Aber es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben zu sagen, ey, wenn sowas wieder passiert, und da können wir alle von ausgehen, liebe Leute, weil durch Empörung und so ist noch nichts verhindert worden, wie geht man dann damit um? Kriegt man das einigermaßen geregelt, dass man sagt, okay, wenn sowas passiert, Vereine, Verbände, Ordnungsdienste, Städte, alle zusammen arbeiten an einem Konzept, wie man die einzelnen Leute bestrafen kann, die XY machen. Ohne zu verlangen, dass Personen Z und A die verraten. Weil das kann es ja auch nicht sein. Das müsst ihr selber regeln, hier muss eine Selbstreinigung stattfinden. Ja, Leute, bisschen Realismus, bisschen bringen, dass keiner sich da hinstellen würde und sagen, ah, mein Freund, ich hab's gesehen, wenn ich mit Dennis im Stadion bin und Dennis ist besoffen und schmeißt einen Stuhl am, geh ich doch nicht zur Polizei und zeig den Dennis an. Was erwartet ihr denn von mir? Ich kann mich aber auch nicht hinstellen. Dürfen wir beide nicht mehr ins Stadion. Ja, genau. Also, Leute. Ja, schön. Es ist doch die Lösung. Ja, das ist sehr absurd. Wenn, dann will ich auch einfach, dass gemacht wird, okay, dann muss auch irgendwie was kommen, zu sagen, okay, wir probieren halt einzelne Leute zu bestrafen. Leute, eine Frage zu der generellen Strafe habe ich noch. Das ist doch auch so, dass die Eintracht dann die gegnerischen Vereine entschädigen muss dafür, dass im Endeffekt die Auswärtskontingente nicht abgenommen werden können. Das heißt, das ist ja finanziell dann auch nochmal, gerade London ist ja doch auch recht, recht großes Fassungsvermögen, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ins Stadion London gegangen wären, aber da hast du natürlich dann auch nochmal, ist natürlich auch finanziell ein ziemlicher Abfuck für die Eintracht wieder an der Stelle. Weil ich glaube, du musst einfach ja, als wären alle Karten abgenommen worden, okay, Pech gehabt hier, 5000 Karten, was weiß ich, den Betrag dafür muss die Eintracht ja trotzdem, glaube ich, bezahlen. Ist das so? Boah, da fragst du mich jetzt ernsthaft ein bisschen zu viel, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht so sagen. Ich vermute mal, dass das nach Logik der UEFA und sonstigen Dingen so sein wird, aber das ist ja auch... Da bist du ja dann nochmal, da kommt noch eine Strafe garantiert, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nichts gelesen im Endeffekt, ob es jetzt, sicherlich ist ja immer noch Geldstrafe, spielt ja auch noch eine Rolle, also es ist so dieses Gesamtpaket, was einfach total nervt. Und dann natürlich für uns als Fans, was uns am meisten trifft und wo wir alle sagen, ist eben diese zwei Ausschlüsse, wo wir nicht hinfahren können. Trotzdem, ich finde es einfach auch nochmal, um es nochmal in der Gesamtansicht zu sehen, ist es einfach, wir hauen hier einfach mal alles raus, was wir jetzt so im Katalog stehen haben. Bam, 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 bam. Das letzte wäre noch gewesen, dass sagen, oh, die Fans waren so, die lernen ja gar nichts, jetzt machen wir einen Punktabzug oder sowas. Das ist ja dann, glaube ich, der nächste Schritt, der noch jetzt möglich wäre, wo ich sage, das ist ja ein noch größerer Schwachsinn. Aber wie gesagt, du merkst, dieses Regelwerk haben auch Leute gemacht, die überhaupt kein Gefühl oder gar keinen Bezug mehr zum Sport haben, sondern es einfach nur sitzen welche, oh, wir gucken mal, was gibt es denn, denk dir mal was aus, komm, das hauen wir da auch noch mit drauf. Weil, und da bin ich auch auf Basti's Seite und René, ich glaube, du schlägst oder bläst ein Selberhorn, das ist hier eine Situation, die wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, nach dieser Anwendung von so einem Strafenkatalog nicht ändern. Das ist genau das. Das ist das Deprimierende auch, wo du jedes Mal sagst, du musst ja immer Angst haben bei der Auslosung, kann ich das überhaupt buchen, oh Mann, die Flüge sind jetzt schon sauteuer, ach, komm, buchste, fährste, mach schon mal Hotel. Auf jeden Fall stornierbar, weil das und das, du bezahlst also, es ist ja auch ätzend, einfach aus finanzieller und einfach aus planungstechnischer Sicht, du musst Urlaub einreichen, musst gucken, dass das passt, musst gucken, dass das passt. Jetzt kommst du da hin und siehst erst mal, okay, Mist, jetzt habe ich einfach mal 500 oder 1000 Euro rausgeblasen, die ich natürlich nicht wieder bekomme, gut, hätte man vielleicht eine Reise rückt, keine Ahnung, wird da vielleicht noch was gehen. Auf der anderen Seite hast du die Sachen, du hast Urlaub eingetragen für die Termine, geht das jetzt noch zu ändern und so weiter, ist also einfach nur nervig, es ist ja, es hängt da ja so ein riesen Rattenschwanz dahinter. Und das ist auch was, wo ich immer denke, meine Güte, Leute, wir wollen doch einfach nur gemütlich im Ausland ein bisschen Fußball mal gucken, mal auswärts fahren. Diese ganzen Touren, Basti hast du gesagt, Tallinn, einfach chillig, einfach cool, die Gegner waren gut, London endlich mal die Möglichkeit, in großer Gruppe wieder vor Ort zu sein. Aber es nervt halt einfach, es nervt tierisch und ich finde es einfach schade, dass da so ein Riesenbeutel draufgeschmissen wurde, mit einfach nur Mist, den sie sich ausgedacht haben. Auf der anderen Seite hoffe ich, und da ist hoffentlich noch nicht das letzte Wort gesprochen, dass London vielleicht noch kippt, dass es vielleicht einen Teilausschluss nur gibt oder irgendwie die Strafe noch ein bisschen reduziert wird oder es doch nochmal auf Bewährung am Ende ausgesetzt wird. Weil das finde ich, ich finde gerade diese Situation mit den zwei Spielen, finde ich halt super heftig und die Leute haben es einfach schon, nachdem es wahrscheinlich fünf Minuten irgendwie die Auslosung lief und du gesehen hast, oh, jetzt müsste eigentlich gleich kommen, dann sofort klack, klack, klack. Wir kennen das ja alle, wie es ist, wir sitzen alle vor den Computern, schnell aktualisieren, aktualisieren, so buchen und gut ist. Es wäre wirklich schade, wenn gerade diese London-Sache dann auch noch hinten runterfallen würde und Gott will es so, wir hoffentlich in die nächste Runde kommen, die auch gut fahrbar ist, dass nicht wieder was passiert oder bei einem Heimspiel dann irgendwie irgendein Mist ist, der uns dann, wie jetzt die Sache, was wir vorhin schon besprochen haben, am Römer irgendwas passiert und die sagen dann, ach, wisst ihr was, dann machen wir es jetzt auf drei Spiele, wenn du dann noch eine Runde weiterkommst. Also das nervt und das ist einfach was, wo ich mir einfach ein bisschen mehr Klarheit wünschen würde, eine gerade Linie und das ist auch das, René, da hast du vorhin schon gesagt, mehr Pakete zu sehen, wenn ich das und das mache, ist die in die Strafe für mich sicher und nicht, ach, ich gucke jetzt mal und weil es Eintracht Frankfurt ist, mache ich noch mal das Doppelte drauf. Das nervt halt. Aber sorry, da habe ich mich einfach ein bisschen jetzt in Rage gesprochen. Nee, du hast aber auch recht, weil das spricht einen weiteren Punkt an, den ich hatte, genau wie du es gesagt hast, was die Zukunft betrifft, dieses, man hat ja auch gar keine Transparenz, wir haben ja jetzt diese Strafe gekriegt, löst sich dann die Bewährung eigentlich, ist sie dann weg oder geht die jetzt trotzdem weiter? Auf keinen Fall, denke ich, das wird immer wieder wahrscheinlich rangezogen, wird gesagt, ihr habt doch schon und eher strafverhärtend gilt das dann wahrscheinlich eher. Ja, also das ist ja, ich sage mal, wenn du jetzt hier irgendwas gemacht hast, du hast vorhin gesagt, Banküberfall gemacht und dann kommst du in den Knast, dann ist ja auch nicht okay, jetzt kannst du beim nächsten Mal, wenn du dann eine Bank überfällst, bestrafen wir dich jetzt wieder beim ersten Mal, sondern wird dir gesagt, du hast hier gar nichts gelernt, jetzt kommst du in den Knast und auch noch mit Sicherungsverwahrung, weil du so ein Depp bist und eine Gefährdung für alle. Irgendwann muss ich doch wieder ein normales Leben führen können, Alter. Nein, normal. Kann ich nicht ein ganzes europäisches Restleben unter Bewährung jetzt irgendwie sein? Also wenn du dann mal ein paar Jahre nichts gemacht hast, kann es sein, dass du vielleicht Glück hast. Irgendwann muss ich doch wieder neu anfangen, ich brauche doch irgendwann einen neuen Dispo auch. Also vielleicht irre ich mich auch, Basti, dass im Fußball die UEFA nimmt ja hier ihre eigenen Rechte, aber im normalen Leben und in der normalen Justiz funktioniert das System, glaube ich, nicht nach dem Prinzip, oh jetzt bist du fertig, jetzt hast du mal wieder alles auf Null gestellt, jetzt hau raus, was du kannst. Also ich weiß auch nicht, naja gut. Es ist nicht so einfach. Es ist tatsächlich nicht so einfach, weil... Es ist es nicht. Ja. Mann, Mann, Mann. Schönes Schwerpunktthema, aber gefällt es mir. Sehr, sehr nett. Ja, gefällt mir ist da relativ, aber ja. Gut, aber es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Ich hoffe, dass die Eintracht da nochmal in diesen angedeuteten Einspruch gehen wird und da versuchen wird, das eine oder andere rauszuholen. Und ja, dann mal sehen, was da tatsächlich noch passiert. So, dann lasst uns mal noch, das Thema hatten wir nämlich gerade eben noch nicht abgeschlossen, über das morgige Lüttich-Spiel sprechen. Wir müssen nämlich noch festlegen, mit welcher Aufstellung wir da antreten wollen würden und was unsere Ergebnistipps sind. Lass uns mal mit der Aufstellung anfangen. Ich glaube, Thor ist absolut klar, dass da ein Renault drin steht. Ja. Was denkt ihr abwehrtechnisch davor? Also ich gehe jetzt mal von der Dreierkette aus. Ja, doch, auf jeden Fall. Jetzt da irgendwie umzustellen, du musst nur personell ein bisschen ändern und ich denke, dass Abraham damit die erste Wahl ist als Ersatz für Touré und dann Hasebe und Hinteregger. Ja. Passierst du damit? Ja, ja. Ja, diese Indica-Diskussion hatten wir auch schon. Die hatten wir auch schon, ja. Gut, aber dann muss Abraham jetzt halt sich auch einspielen, dann ist das so ein Spiel. Also das sollte er noch drin haben und wenn nicht, wenn nicht, sollte er das sehen und Indica stellen. Irgendwie tut es um Indica halt krass. Ich habe irgendwie das Gefühl, Indica ist so ein nicht eingesetzte Waffe einfach immer. Immer wenn ich ihn auf der Bank sehe, denke ich mir, also du hast irgendwie das Gefühl, das ist so, ja, weiß ich nicht ganz genau. Du willst irgendwie dann deine Wohnung putzen, hast auch einen Staubsauger, hast auch so einen Swiffer-Wischding. Hast auch Glasreiniger, hast aber irgendwie, keine Ahnung, hast auch noch einen Dampfreiniger da, der manche Sachen auch geil lösen könnte. Also du willst dann aber Pratounik-Wischding. Keine Ahnung, das war einer meiner schlechten. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe trotzdem, dass es drübergekommen ist, was ich meinte, so zu denken. Ja, es ist auf jeden Fall drübergekommen. Aber ich denke, Indica wird auch in diesen spielreichen Wochen jetzt hier auf jeden Fall seine Chance noch bekommen. Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nächste Woche spielen wir ja auch schon in Pauli. Besser gesagt, also gegen Pauli. Ja, auf Pauli. Auf Pauli, danke. Da ist natürlich auch nochmal, du merkst einfach, jetzt sind so wenig Abstände und wir wissen auch, und das ist eigentlich eher was, wo ich sonst immer mache, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Abraham und Hasebe, mehrere Spiele im kurzen Rhythmus hintereinander, da fangen die Wehwehchen dann doch an, gerade auch bei Hasebe. Das ist halt, er hat halt dann auch irgendwann, kommt er doch das Alter zum Tragen, sagen wir es mal so blöd. Und deshalb denke ich schon, dass Indica da auch seine Chance bekommen wird. Und du musst immer wieder sagen, wenn du dir die letzten Spiele angeguckt hast, immer wenn Indica bei gerade Flanken oder auch, wie sagt man denn so schön, Ecken oder Standards im Strafraum sehr gut zum Tragen kommen konnte, wenn er eben eingesetzt war. Das heißt, es könnte ein Stilmittel sein, auch für Mannschaften, wo du merkst, hier geht nichts. Vielleicht ist auch dann eine Möglichkeit zu sagen, okay, ein Indica wird nochmal eingesetzt, um im Endeffekt in den Standardsituationen nochmal für eine gefährliche Situation im Strafraum zu sorgen. Hinteregger ist da ja auch eine Waffe. Dementsprechend finde ich es so schade, dass er die, hoffe ich jetzt auch, eventuell gegen Lüttich schon wieder mal zündet. Auf der anderen Seite, Abraham fällt da eher ein bisschen raus. Und auch ein Hasebe sowieso, der eher ja für die Absicherung ist. Dementsprechend gucken wir einfach mal. Das, denke ich, wird eine spannende Geschichte auch um Indica. Aber ich denke, er wird seine Chance bekommen. Und ich denke auch, dass er an der richtigen Stelle eventuell einfach mal als Einwechselspieler kommen kann, weil er einfach eine unglaubliche Gefahr davon nochmal ausstrahlt. Ich glaube tatsächlich, dass Indica nur eine Chance kriegt, wenn entweder Hinteregger oder Hasebe sich verletzen. Was ich halt auch sehr schade finde. Das ist es ja. Also ich glaube tatsächlich, dass Hütter und die Spielweise, die wir jetzt mittlerweile haben, zeigt es ja auch, dass Hütter wirklich sehr, sehr hochstehende, zumindest wenn bei Ballbesitz sehr, sehr hochstehende Innenverteidiger haben will, die, was wir bei Touré gesagt haben, dann auch irgendwie diese doppelte Flankenmöglichkeit beinhalten sollen. Und das hast du ja nicht, wenn du ihn auf die rechte Innenverteidigerposition stellst. Dann hast du ja quasi Dacosta und Indica auf rechts. Und wenn Dacosta dann Gegenspieler auf sich zieht, hast du ja, der Indica kann ja nur andersrum flanken. Ich glaube tatsächlich, dass Hütter da so viel Wert darauf legt, dass er bereit ist, Indica zu opfern. Zu sagen, okay, Hinteregger hat einen linken Fuß, du hast einen linken Fuß und Hinteregger ist halt mega stark. Und Hinteregger könnte höchstens von deiner Position weichen, entweder wenn er verletzt ist oder wenn er in die Mitte muss. Das ist so, wie du es gesagt hast, René, ich will mir dieses Szenario gar nicht vorstellen, aber ich befürchte, dass das so ist. Hoffe aber, dass Indica Geduld hat, um zu sagen, ey, weil ich glaube zum Beispiel nächsten Sommer wird Hasebe nicht mehr sagen, ich hatte jetzt eigentlich diesen Sommer schon die Vermutung zu sagen, ey, der wird jetzt vielleicht Teilzeitprofi. Hat mich eines Besseren beleidigt, Gott sei Dank. Aber spätestens ab nächstes Jahr glaube ich tatsächlich, dass wenn die Eintracht überhaupt bei der Viererkette bleibt, äh, bei der Fünferkette bleibt, dass dann Hinteregger in die Mitte geht und du rechts Touré und links Indica hast und das dann seine Zeit gekommen ist. Weil ganz ehrlich, wenn wir den, stellt euch mal vor, der wird jetzt diese Saison immer nur sporadisch eingesetzt und die Eintracht verkauft den dann für den aktuellen Marktwert, dann haben wir den verschenkt. Ah, bitte nicht, bitte nicht, jetzt fang nicht mit sowas an. Nein, aber Indica ist tatsächlich einer, der könnte locker irgendwo schlummeln. Mit riesiges Potenzial. Ja, und das ist ein Spieler, wenn der mal eine geile Halbserie, so ein Dreivierteljahr geil spielt bei uns, den kannst du auch für 35 Millionen irgendwo hinverkaufen, aber natürlich nicht, wenn er nicht spielt. Das heißt, du müsstest das aber eventuell auch mal verleihen, oder? Wie lange hat er denn noch Vertrag zur Not, falls es wirklich, falls er gar nicht ins System mehr passt? Dass du im Winter mal ein halbes Jahr ihn abgibst, wenn er nicht ins Profil passt und dann im Endeffekt wirklich auch mit Spielpraxis und entsprechendem Marktwert dann eventuell auch wieder zurückkehrt. Wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Ich denke, er wird auf jeden Fall jetzt benötigt, weil wir drei Wettbewerbe spielen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auch du sagst natürlich, wenn sich Hinteregger oder Hasebe verletzen. Gerade Hasebe oder Abraham sind für mich auch so zwei, die öfter, wenn es dann darum geht, oh, viele Spiele hintereinander, dann laborieren sie doch an so Kleinigkeiten. Und Touré fällt uns ja auch leider eine Weile aus. Das ist, denke ich, dann in Dicca die erste Lösung, die wir hinten haben. Dementsprechend hoffen wir einfach mal, dass er da seine Chance bekommt. Und wenn er sie da nutzt, eventuell kann er sich dann auch wieder in Hütters engeren Blick für die Starthilfe auch spielen. Also laut Transfermarkt hat er einen Vertrag bis zum 30.06.23. Na, das ist dann noch ein bisschen. Also könnte man theoretisch auch noch mal für ein halbes Jahr verleihen. Könnte man, ja. Nee, verleihen. Würde ich allerdings nicht tun. Also Innenverteidiger ist die Gefahr zu groß, dass sich da dann doch irgendwie schnell mal der ein oder andere noch verletzt oder irgendwie mit roter Karte, gelb-roter Karte, sonst irgendwas ausfällt. Da jetzt irgendwie einen abzugeben, halte ich für absolut nicht. Nee, auf gar keinen Fall bin ich auch nicht dabei. Ich hoffe nur, dass sich irgendwann die Situation ergibt, zu sagen, ey. Da ist irgendwie Rotationsplatz für ihn, auf jeden Fall. Aber das wird kommen, glaube ich. Wir haben ja noch früher in der Saison. Yes. So, jetzt ist die spannende Frage, Mittelfeld. Ich habe das Gefühl, Chor kommt in die Elf. Okay. Für wen? Für wen? Wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, danke. Für Fernandes wahrscheinlich. Okay. Und Rode und So würde ich erstmal so lassen. Also Kamala tausend. Also So muss auf jeden Fall drin bleiben. Der muss frisch sein. Bei Rode kann man gucken, ob man vielleicht, ob man So und Chor nebeneinander stellt. Kamala davor, man muss, dann kommt er auf die Ausrichtung an. Aber also So muss sich jetzt auch diese Wettkampfhärte abholen, weil ich sehe ihn trotzdem als geilen Kicker. Aber das muss jetzt irgendwie rausgespielt werden aus ihm sozusagen. Spiel, 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 Spiel und holt die Sicherheit. Also ihn jetzt behutsam aufbauen, würde ich nicht machen. So ist für mich jetzt erstmal gesetzt, selbst wenn er dann mal ein paar Dellen drin hat. Aber als Achter dann? Normalerweise ist ja die Kamala-Position, sage ich jetzt mal. Ich hätte nämlich gedacht, dass Rode hinterrückt, sozusagen So und Kamala, beziehungsweise So natürlich im Endeffekt so offensivere 6, Rode defensivere oder Kamala 6 und davor dann Kamala. Das hatte ich gedacht, dass eventuell, dass er es so stellt, weil Kamala, denke ich, wird zurückrücken in den Kader. Der hat ja gute Leistung gezeigt, war ja eigentlich eher, ich glaube, René, du hast es vorhin schon gesagt, durch diese Strapazen, der Länderspielpause und so weiter, dass er jetzt aus dem Kader mal rotiert ist. Ja, ich denke, dass der schon seine Spielzeit jetzt auch wieder bekommen wird. Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie offensiv aus meiner Sicht Hütter an das Thema jetzt rangehen will. Ob er mit so einer ähnlichen Ausrichtung wie jetzt gegen Leverkusen spielt, wo ja sowohl Rode als auch So eher so ein bisschen in der offensiveren Rolle sind. Und das wäre auch so meine präferierte Ausrichtung, weil du kannst eigentlich nur auf Sieg spielen in dem Heimspiel gegen Lüttich. Von daher hätte ich jetzt gesagt, wären eben wieder So und jemand daneben eher so als irgendwas zwischen Achter- und Zehner-Positionen da unterwegs. Und da ist für mich jetzt noch nicht so ganz klar, ob man jetzt in die totale Offensive geht und sagt, okay, wir stellen da sowohl So als auch Kamada hin und machen halt einfach volles Feuerwerk. Oder halt wieder die Variante wie gegen Leverkusen, So und Rode, die eben auch sowohl nach hinten absichern, als auch nach vorne vielleicht mal das ein oder andere Ding durchkämpfen können. Das ist noch so ein bisschen, wo ich mir unklar bin. Ja, das wird doch ein bisschen auf Lüttich angekommen. Das ist schwierig. Also so mittlerweile bin ich ruhiger, gerade weil die Innenverteidiger mittlerweile bei uns so hochstehen, wenn wir einen kompletten Zerstörer drin haben wie Fernandes oder Kor. Also deswegen, bei mir spielt entweder immer Kor oder immer Fernandes. Ja, den hätte ich auf jeden Fall dahinter gesehen. Und nach meiner Ausrichtung wären dann links- und rechts-offensiv Kostic beziehungsweise da Kosta. Und davor hätte ich jetzt wirklich fast gesagt, volles Risiko, So und Kamada. Dann hast du halt ein total offensives Mittelfeld plus noch die zwei Stürmer davor. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil man dann auch ein bisschen diesen Silber-Ausfall kompensieren kann, zu sagen, okay, du hast nicht nur diese beiden. Was heißt, Rode rotiert dann raus bei dir? Rode würde bei mir raus rotieren. Vielleicht ist es bei Rode auch gar nicht schlecht, weil der ist jetzt auch wieder fresh, der ist wieder da. Bei denen brauchen wir auch, denen brauchen wir topfit für diese anstehenden Wochen. Kann es ganz schwer einschätzen, muss ich sagen. Ich habe irgendwie nur das Gefühl, dass Kor wieder kommt. Einschätzen, also Kor wäre ich auch dabei, dann hätte ich in der Tat in der Stelle von, von Fernandes gesehen und Fernandes dann wäre für mich dann eher so der Einwechselspieler, ab der 70. 80. Minute, wenn es darum geht, einfach den Laden nochmal irgendwie dicht zu machen, wo du dann sowohl einen So oder auch einen Kamada dann einfach auch rausnehmen kannst, um da in der Mitte so ein bisschen mehr nach hinten abzusichern. Aber ich würde halt schon einfach sagen, mit Blick auf die Situation, die wir vorhin beschrieben haben, volle Lotto-Offensiv, ja, und halt einfach gucken, die früh unter Druck setzen, möglichst zwei Buden machen und dann so ein bisschen Tempo rausnehmen und wie wir es dann gegen Leverkusen gemacht haben, Konter suchen. Und wenn du dann eben so zwei offensiv-kreative Menschen wie ein So und ein Kamada da hast, die auch einfach mal so ein bisschen spielerisch das eine oder andere können und die schnellen außen und da vorne endosst und ein Patienz ja daneben, was sich ja quasi fast von alleine aufstellt, ja, dann, what could possibly go wrong? Ne, ist okay. Ja, geh ich auch mit. Wer jetzt meine... Jetzt unabhängig von der Person... Personalien? Nicht von den Personalien. Finde ich, die Ausrichtung fände ich ganz geil, dass du fast eine offensive Dreier-Reihe hinter dem Zweiersturm hast. Du hättest ja dann, wie gesagt, Präsenz ja Dost. Das ist sowieso Dreier-Reihe, ist fast eine Vierer-Reihe. Ja, ich würde dann so... Der wird sich immer wieder fallen, also ein So ist für mich kein Zehner, aber du hast dann tatsächlich... Ja, wobei er die Zehner-Position noch auch oft genug spielt, also... Sehe ich nicht als Zehner-Position, wenn er das spielt. Das sind dann für mich eher tatsächlich zwei Achter dann, aber ist ja auch... Ja gut, aber dann hast du... Für mich ist er kein Kamada, also für mich ist er keiner, der dann auch zum Abschluss kommt, sondern er ist dann trotzdem eher in der Tiefe. Du hast dann aber trotzdem Kostic und der Koster rechts. Also der Koster würde ich auch spielen lassen, den würde ich jetzt gar nicht rausnehmen und sagen, ey, fang wieder an, wenn du Bock hast, lauf genau so weiter. Für Kostic gilt das Gleiche, da würde ich gar nichts ändern. Für Kamada ist es vielleicht... Kamada müsst ihr doch sogar kennen, den Gegner, oder? Ja, klar. Den würde ich alleine stellen lassen, um denen Angst zu machen. Ja, aber ich meine, du hast ja... Und um so ein bisschen Variabilität vorne reinzubringen, so ein bisschen einer, der da durch die Gassen wuselt, hätte ich Bock drauf. Glaube ich tatsächlich auch, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass Kamada auf jeden Fall spielen wird und dass Rode in Gladbach dann wieder reinkommt. Was ich okay finden würde, ja. Ich auch. Also solche Dinger werden wir auf jeden Fall drinnen haben. Ob es jetzt genau die sind, die wir hier voraussagen, wissen wir natürlich nicht, aber... Ich glaube trotzdem so, dass wir wirklich ab und zu so zwei, drei Änderungen... Vielleicht kann dann in Gladbach, kommt dann Durham auch wieder rein. Wer weiß das schon? Also, wir haben es ja gesagt, der wichtigste Neunzugang ist die Breite. Davon sollten und werden wir jetzt auch profitieren. Aber nichtsdestotrotz zählt es eigentlich nur, was Dennis ganz am Anfang gesagt hat. Vollgas. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Egal wer spielt, die Zuschauer müssen da sein. Flutlicht, Europa-Pokal, das muss alles zu spüren sein. Vollgas oder wie die DFB-Elf sagen würde, Volley! So, dann lass uns mal noch hier Tipp, die ist das. Dennis, sag mal an, wie geht das morgen aus? Ich hoffe und ich denke, dass wir 2-0 gewinnen. Senor Basti. 3-1. Du sagst 3-1. Ich bin super euphorisiert und glaube, dass da alles läuft und dass das ein ganz klares 4-0 wird. Vielleicht leicht übermotiviert, aber mal gucken. Auf jeden Fall nicht schlecht für den direkten Vergleich. Korrekt. Und auch für Tippscheine vielleicht nicht ganz so verkehrt. Dann lass uns mal noch sprechen über Gladbach. Gegen die dürfen wir ran am Sonntag, 18 Uhr. Auswärts, wenn ich mich jetzt nicht vertue, oder? Oder war heim? Ja, Sonntag, Sonntag, 18 Uhr. Nee, nee, nee. Genau, die auch so ein bisschen verletzungsgebeutelt sind. Plea, der Stürmer bei denen, hat sich verletzt. Anscheinend auch irgendwie Muskelthematik. Die spielen morgen gegen Rom um, ich glaube, 18.55 Uhr, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Die haben das frühe Spiel, ja, ja. Genau, die haben das frühe Spiel. Das heißt, die sind auch mit der ein oder anderen Extrarunde diese Woche unterwegs. Rom wird für die sicherlich auch kein einfaches Spiel werden. In der Gruppe, die hatten am vergangenen Wochenende das Spiel gegen Dortmund. Dortmund, wo sie zumindest, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten sich da herausgespielt haben. Und die spielen auch am Mittwoch dann schon wieder gegen Dortmund im DFB-Pokal. Also die sind auch gerade so ein bisschen sehr arg hier unterwegs. Und vielleicht, wie gesagt, auch gerade so ein bisschen verletzungsgebeutelter Kader. Stehen aber in der Liga momentan ganz gut. Sind aktuell Tabellenführer mit den vorhin angesprochenen 16 Punkten. Also die machen jetzt auch nicht nur irgendwie schlechte Sachen. Das könnte auch nochmal so ein sehr spannendes Spiel für uns werden. Wie hättest du vorhin gesagt, Basti? Da kommen jetzt die harten Wochen auf uns zu. Da würde ich sagen, gehört Gladbach auf jeden Fall mit dazu. Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist... Da müssen wir doch zufrieden sein, wenn wir da einen Punkt holen. Ja, aber das wäre fast so ein Ausrufezeichen, wenn die Eintracht da einen Punkt holt. Weil dann wären diese Zweifel, die wir gehabt haben, oh, vielleicht sacken wir so ein bisschen Platz 8 bis 12 irgendwie, vielleicht sacken wir da runter. Was ja auch völlig normal gewesen wäre eigentlich in der Entwicklung der Eintracht auch. Wenn die Eintracht da einen Punkt holt oder tatsächlich irgendwie gewinnt, das wäre ein mega Ausrufezeichen. Wenn du nach dem Lüttichspiel, egal wie das ausgeben, wenn du da in Gladbach gewinnst, boah, das ist schon... Das wäre schon eine Ansage. Zu sagen, hey, was ist los? Wir sind jetzt trotzdem noch da. Doppelbelastung, halbe Mannschaft ausgetauscht, was wollt ihr von uns? Büffelherr ist weg, wir haben jetzt hier Krokodile da vorne. Wenn die Eintracht das hinkriegt. Das würde mich arg überraschen, deswegen rechne ich damit nichts. Ist aber für mich tatsächlich in den letzten Wochen mal wieder ein entspanntes Spiel, in Anführungszeichen, weil da rechne ich mit nichts und da wäre es auch tatsächlich objektiv. Kein unfassbares Drama, wenn die Eintracht da verliert. Natürlich nicht hoch und natürlich sollen die nicht Kacke spielen. Aber das ist... Also in Gladbach kannst du dir auf gar keinen Fall irgendwie sagen, wir müssen da punkten, sondern da ist alles nice to have oder gewinnen wir sogar richtig geil gerade in dieser Punkte-Konstellation. Das wäre schon mega. Deswegen sehe ich dem Spiel anders als bei Lüttich ein bisschen entspannter entgegen. Hoffe natürlich aber insgeheim auf diesen Big Point, weil das wären wirkliche Big Points, zu sagen, ey, Pam... Basti, wir müssen doch eigentlich nur, und da können wir wieder Bezug auf das letzte Spiel nehmen, die erste halbe Stunde, wenn wir die wieder holen können, ansatzweise. Also mit richtig Druck, richtig schön. Einfach dieses, was uns lange gefehlt hat, diese Emotion im Spiel, dass wirklich diese Aggressivität da ist, dass dieser unbedingte Willen, 110 Prozent... Ich denke schon, dass das... Und gerade, und deshalb ist es noch wichtiger, morgen zu gewinnen, dann diese Euphorie aus dem Sieg gegen Lüttich dann mitzunehmen in das Gladbach-Spiel. Dann kannst du dich so richtig in Euphorie-Tage spielen. Und dann gewinnst du noch gegen Pauli, bist im Pokal noch mal eine Runde weiter, geil. In Bayern, ja, ja. Ja, das sind dann Festwochen. Nicht unwahrscheinlich. Das ist, ich muss wirklich sagen, gegen die Bayern würde ich lieber aktuell in dem Sinne spielen, weil das auch wieder, du hast es richtig gesagt, Basti, das ist alles kann, nichts muss spiele. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Und gerade, wenn du da dieses Erfolgserlebnis vom morgigen Tag hoffentlich mitnehmen kannst, und da im Endeffekt auch anknüpfen kannst an die Leistung, die du gegen Leverkusen gezeigt hast. Klar war da auch die zweite Halbzeit teilweise grottig und du hast gedacht, meine Güte, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Du kommst ja gar nicht mehr zum Ball. Aber alleine diese halbe Stunde, es reicht ja oft und die Mannschaft ist gut und ein Rönneau hat einen super Tag. Dann hast du schon recht, da ist schon was drin. Und Gladbach zeigt ja auch im Endeffekt natürlich dann auch Leistung und dann ballern die mal 5-1 Augsburg weg oder 3-0 Hoffenheim. Das ist aber was. 4-0 gegen Wolfsberg verloren. Genau. Das ist dann die andere Thematik, ja. Also da ist schon was drin, da ist viel, viel Bewegung. Die spielen super Fußball, sonst wären sie auch nicht Tabellenerste aktuell. Auf der anderen Seite ist es schon so, du hast, wenn du einen guten Tag hast, kann die Eintracht, und das hat man in Leverkusen gesehen, und das ist auch die Hoffnung für die nächste Zeit einfach, oder unter dem Thema muss man eigentlich alle stellen, die Eintracht, wenn sie ihr Leistungspotenzial abruft und da wirklich einfach auch eventuell mal bei so einem Spiel 110 Prozent wieder leisten kann, wie wir das in der letzten Saison häufig gesehen haben, dann kannst du eigentlich gegen jeden Gegner Punkte holen. Ja, 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 das sehe ich ganz genau so. Das ist dieses, was Dennis sagt, du kannst ja gegen Gladbach und Bayern nicht viel passieren, im Gegenteil, du kannst echt viel gewinnen. Also jetzt mal, ohne das zu übertrieben zu meinen, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, dass du in Gladbach gewinnst, als dass du zu Hause gegen Bayern gewinnst gerade. Also es kann tatsächlich sein, dass die Eintracht, und das wäre wirklich die Ironie der Geschichte, wenn die Eintracht der Sargnagel für Kovac ist, und das würde zeitlich sogar fast passen. Ja, wenn die jetzt nicht gut gewinnen, die nächsten Spiele, ist der auf jeden Fall... Also wenn die jetzt, ich weiß nicht, gegen wen Bayern jetzt überhaupt spielt, weiß ich nicht, also die haben jetzt in Piraeus, haben die natürlich gewonnen, aber das war eigentlich auch nicht so... Das war jetzt auch nicht so überragend. Umfassbar überzeugend, ich weiß nicht, gegen wen spielen die jetzt? Union Berlin. Siehst du, stell dir mal vor, die spielen zu Hause gegen Union irgendwie nur unentschieden, weil da auch 10.000 Union-Fans mitfahren und irgendwie verselbstständigt sich, dass sie spielen nur 1-1 und verliehen dann 4-1 in Frankfurt. Ich glaube tatsächlich, dass dann irgendwann... Da platzen dann da ein paar von diesen roten Köpfen, glaube ich, und... Naja, wollen wir es nicht beschreiben, ist jetzt auch nicht so, dass ich mir das primär wünsche. Ich sage dir nur von der Zeit, vom Zeitplan würde es halt krass passen. Ja, das stimmt. Das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die sind auf den... Die musst du nicht gewinnen, du musst auch nichts holen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher als ein Jahr zuvor, glaube ich, dass du in Gladbach gewinnst und dass du zu Hause gegen Bayern gewinnst. Also das ist auf jeden Fall drin, wenn gewisse Dinge zusammenkommen. Also Bayern, hast du ja gesehen, Augsburg hat gegen die 2-2 gespielt, also bei aller Liebe, wenn das für so ein Eintracht gegen Bayern spielt wird, wo das Stadion brennt und wo die Eintracht komplett da ist, weil es Bayern ist und Bayern aber nicht ganz da ist und in der Abwehr tatsächlich jetzt auch viel Personalproblem hat und plötzlich stehen dos paciencia und vielleicht sogar noch Silva irgendwann da. Boah, werden geile Wochen, aber wollen wir nicht zu viel drüber reden. Wir werden ja auch in den nächsten Sendungen irgendwann über das Bayern-Spiel sprechen, was dann bevorsteht. Kradbach ist jetzt noch ein bisschen hin bis Sonntag, von daher können wir da jetzt auch im Detail noch nicht viel dazu sagen. Aufstellung würde ich jetzt auch nochmal komplett ausklammern, weil da einfach auch die Frage ist, wer morgen spielt und wer dann wie viel Zeit da mit Sprinten verbracht hat. Von daher würde ich hier den Punkt erstmal rauslassen. Mit viel Glück ist ja Silva auch wieder eine Option. Das wäre ja schon eine feine Sache. Das wäre sehr erfreulich. Trotzdem hätte ich jetzt gerne Tipps von euch. Wir machen die gleiche Reihenfolge wie gerade eben. Das heißt, Dennis darf anfangen zu tippen, wie das Spiel am Wochenende gegen Kladbach rausgeht. Ein 1 zu 1. Zehn oder Basti? Ich würde denken, die Einfache verliehen leider 2 zu 0. 2 zu 0 und ich bin ein bisschen optimistischer als Dennis und sage 2 zu 2. Was für mich absolut... Das ist jetzt optimistischer, weil... Weil Dennis nur 1 zu 1 gedippt hat. Und? Er wird zwei Tore schießen. Ja, kein Sehen aber auch. Zwei Tore mehr als ein Tor, somit optimistischer. Kann ich auf deiner Seite wieder runterrechnen, weil bei Dennis Kassim bin ich nur ein Tor. Du bist also quasi ein offensiver Freund. Korrekt. Korrekt. Wie ihr da drauf dann setzen müsst und ob ihr dabei Geld gewinnt oder verliert, das könnt ihr dann dem Wettbrötchen der Woche entnehmen. Kleiner Tipp von mir. Hört euch an, wie die beiden Jungs tippen und tippt einfach das Gegenteil. Da ist wahrscheinlich die Gewinnwahrscheinlichkeit höher, als wenn ihr einfach den Tipp von denen übernehmt. Ich spreche... Hallo, hallo. Marvin war jetzt... Marvin war vor dem Bremen-Spiel bei uns zu Gast und hat sogar das komplett richtige Ergebnis vorausgesagt. Also mein lieber Freund... Die Folge habe ich blöderweise nicht gehört. Okay, dann geht das rum, fragt Marvin, wie er tippen würde und tippt einfach das. Nur noch Privatnachrichten an Marvin. Nur noch Privatnachrichten an Marvin und dann gegen Gewinnbeteiligung gibt es Tippvorschläge. Ganz einfaches Geschäft. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit, nachdem wir aktuelle Spiele und Thematiken abgehandelt haben und schauen mal, was so ehemalige Spieler von uns tun. Du musst erst mal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. So, meine Damen und Herren, wir sprechen über ehemalige Spieler und diese Woche hat der Basti einen ehemaligen Spieler rausgesucht und lässt uns jetzt mal wieder raten und ich bin gespannt, ob wir diesmal draufkommen, wer es denn sein könnte. Basti, fang an. Ja, das kann ich einfach euch jetzt Hinweise zu geben. Oh. Also ich sag mal so, der erste Hinweis ist, der Spieler kam von der Hertha zu uns. Aha. Fällt mir ernsthafterweise kein Spieler an, der von der Hertha... War vor der Hertha bei... Ich sag, wenn ich euch jetzt sage, woher herkommt, bis hier sofort... Ist Kanadier. Rob Friend. Yes, sir. Ist der einzige Kanadier, der mir eingefallen ist. Ah, Rob Friend. Spielt der noch Fußball? Nee, ist eigentlich... Hören wir jetzt gleich. Also Rob Friend ist ja damals, also Weingladbach war bei uns, ist ja jetzt nicht so aufgefallen als der absolute Feinmotoriker, muss ich sagen. Der ist mit vielem aufgefallen, aber nicht durch Feinmotoriker. Ja, war von 2011 bis 2014 bei uns. Ist dann irgendwie zu 1860 verliehen worden und war da irgendwie noch irgendwie ein bisschen und ist von da 2014 zu Los Angeles Galaxy gegangen. Musste dann dort aber seine Karriere beenden und das hat tatsächlich auch so wieder eine aktuelle Thematik mir in den Sinn gerufen, weil er hat dann tatsächlich damals durch ein... Er hat damals in der Trainingseinheit irgendwie einen Ball an die Schläfe bekommen und hat irgendwie, weiß, tatsächlich zwei Tage lang hat er sich wie benebelt gefühlt und dann haben die halt festgestellt, okay, da hat wieder eine Gehirnerschütterung. Musste aber tatsächlich durch diesen Ball, weil er viele unbehandelte Gehirnerschütterungen hatte, seine Karriere tatsächlich beenden, weil er immer bei körperlicher Anstrengung einfach Kopfschmerzen gekriegt hat. Also diese Thematik jetzt, dass bei Kopfverletzungen echt nicht so gut reagiert wird momentan, zeigt ja an dem Beispiel, dass man da vielleicht wirklich vorsichtiger sein sollte, weil wenn du dann irgendwie so viele kleine Schäden hast, die du irgendwie nie richtig auskurierst oder da unvorsichtig bist, dass das dazu führen kann, dass du als Fußballer deine Karriere beenden musst, weil du einen Ball gegen den Kopf kriegst. Finde ich schon krass, muss ich sagen. Also als ich das dann gelesen habe, hat mich das schon irgendwie beeindruckt. Also ich beeindrucke im negativen Sinne. Also es ist schon krass zu denken, ey, bis zum Training kriegst du einen Ball gegen den Kopf und denkst, zack, alles gut. Weil du aber irgendwie vorher nicht genug aufgepasst hast, was Gehirnerschütterungen betrifft, musstest du plötzlich deine Karriere beenden. Finde ich schon hart. Und ja, ich glaube, dass man an Rob Friend ist auch irgendwie so, der kam ja dann auch noch irgendwie kurzfristig und dann kam noch einer, wir hatten ja schon Idris Hu auch. Also die Eintracht hat damals tatsächlich einen sehr wuchtigen, aber ich sage mal so, jetzt nicht den spielstärksten Sturm, weil Rob Friend war ja tatsächlich so einer, den konntest du irgendwann mal bringen, der sollte vorne rein. Ich weiß auch gar nicht genau. Aber der hat doch maximal zehn Spiele oder sowas für uns gemacht. Ja, das waren 13 Spiele hat er bei den Profis für die Amateure gespielt. Hat auch, glaube ich, nur ein Tor geschossen. War nicht allzu erfolgreich hier bei uns. Ist auch tatsächlich so einer, den habe ich immer bewundert, weil er aus minimalem Talent echt trotzdem eine Karriere rausgeholt hat. Ich habe tatsächlich einen Kumpel von mir, er ist sehr, sehr gut mit Peter Niemeyer befreundet, der damals bei der Hertha auch gespielt hat, wo Rob Friend auch da war. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich auch keiner hören. Aber Niemeyer hat auch gesagt, das ist tatsächlich einer der schlechtesten Fußballer, mit dem er jemals zusammengespielt und slash trainiert hat. Cool. Ist Wahnsinn. Aber da kann man sehen, was man mit Willen, Körperlichkeit und Ausdauer, was man da schaffen kann, weil er trotzdem mal in der Bundesliga gespielt hat, muss man sagen. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ich hoffe, ihm geht es besser. 85 Spiele für Gladbach gemacht, 28 Tore und 8 Torvorlagen. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wohingegen bei der Eintracht, 14 Spieler, ein Tor, keine Vorlage. Ganz sehr gut funktioniert. Ja. Wie alt ist denn Rob Friend überhaupt? 38, wenn Transfermarkt.de nicht lügt. Der ist aber, hat seine Karriere bei Galaxy beendet, bevor Ibrahimovic da hingegangen ist, ne? Das müsste ein paar Jahre davor gewesen sein. Ja, ja. Okay. Ich glaube, der hat auch gar nicht viel bei Galaxy gespielt. Er ist 2014 dahin und 2014 war das auch schon mit der Gehirnerschütterung. Ja, stimmt. 12 Spiele für Galaxy, eine Vorlage. Da war jetzt auch nicht wahnsinnig. Ah, schon krass, ey. Man kann echt nur hoffen, dass es ihm heute besser geht. Weil gerade, man kennt das ja auch, die Diskussion und es gibt ja auch Dokumentationen, Filme über die NFL. Das kann dich ja dann dein ganzes Leben auch verfolgen, was dann wirklich auch noch krassere Folgen hat wie, keine Ahnung, dass du dann irgendwie durchdrehst oder so. Das ist tatsächlich ein Thema, klar, in unserer Twitter-Bubble weisen immer viele, viele darauf hin. Der Max vom Rasenfunk macht das ja auch immer wieder öfter. Aber es ist gar nicht so ein präsentes Thema, zu denken, dass Fußballer wirklich auch, ja, dass viele, viele kleine Kopfverletzungen auch irgendwann dazu führen können, dass da was Schlimmeres passiert. Das habe ich jetzt. Bei ihm wusste ich das nämlich gar nicht. Also ich habe das überhaupt nicht wirklich gekriegt. Nein, ich wusste ich auch nicht. Interessant. Dass er seine Karriere beenden musste, weil er irgendwie zu viel Gehirnerschütterung mehr in seiner Karriere hatte. Naja. Er ist übrigens Hoffen wir, dass es ihm gut geht. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ja, er ist übrigens seit dem 05.05.2018, was ein ganz hervorragendes Datum ist, tätig als Geschäftsführer beim Pacific FC in der kanadischen Liga. Das ist auch so. Sowas will ich auch machen. Bis du dann irgendwo machst ein bisschen was und lebst in der ganzen Stadt. Ja. Pacific FC ist, gibt es ja irgendwo eine Tabelle? Vierter aktuell in der Kanadischen Liga. Aha, Rob Friend-Effekt. Der Rob Friend-Effekt, ja. Irgendwie sowas in der Art. Kennt man wahrscheinlich auch keinen einzigen, der da bei denen spielt. Was ging bei der Eintracht so ab? Vor 20 Jahren. Ja, dann gucken wir doch mal, was da bei der Eintracht vor 20 Jahren so abging. Vielleicht finden wir den einen oder anderen da wieder. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und nachdem wir den achten Spieltag der aktuellen Saison besprochen haben, müssen wir jetzt natürlich sprechen über den achten Spieltag der Saison 99-2000. Wisst ihr noch, wer unser Gegner damals war? Nein. Hansa Rostock. Zu Hause oder auswärts? Auswärts. Jetzt bin ich sehr gespannt. Geil, wenn du gleich die Aufstellung von Rostock folgst. Bestimmt sind da so geile Namen dabei. Ich weiß nicht, wie haben wir denn gespielt, lieber Ringe? Ich würde es jetzt mal als semi-gut bezeichnen. Am Ende war es ein 3-1 für Rostock. Ja, genau. Trainer damals bei Hansa Rostock, Andreas Zachhuber. Genau, die Aufstellung von Rostock. Im Tour Bräutigam. Peri, Peri, Bräutigam. Genau, davor Benken, Holecek, Elas, dann Beiland. Liebe Grüße. Dann davor Lange, Vibran, Brandt, Emara und vorne im Sturm Baumgart und Avizon. Krass, das war ja sogar noch, ich weiß gar nicht, ob das dann nach oder vor dieser Zeit war, wo die so beinlich und so hatten. Die hatten ja auch echt krasse Spiele. Naja. Ja, krass. Auf der Reservebank war noch. Eine Mannschaft mit Peter Wibran 3-1 verdienen, was war denn da los bei der Eintracht? Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich sage mal, gerade noch unsere Aufstellung, wir hatten Nikolov im Tor, davor Kracht, Jansen, Kutschera, davor Weber, Bulut, auf den Außenbahnen Gebhardt, Bindewald und vorne die Offensive bestand aus Gömür, Yang und Salou. Und in der 67. wurde eingewechselt der Herr Fjordhoff, der dann nachher auch das Tor gemacht hat. Und in der 66. Man muss schon sagen, die Qualität der Bundesliga-Spieler damals, kann man so sagen. Lassen wir mal so stehen. Genau, die Tore auf Rostocker Seite haben geschossen. Brandt in der 35. Hollecek in der 66. und Lange in der 86. Per Foul-Elfmeter. Was für Spieler! Timo Lange, die Christian Brandt, bei dem weiß ich noch, das war auch so ein, war aber glaube ich auch bei Bremen vorher oder nachher. Der hat auch immer in irgendwelchen Zeitungen, weil er auch irgendwie Musik gemacht hat oder so. Naja. Krass. Keine Ahnung. Das finde ich eigentlich echt, habe ich auch oft gesagt, die spannendste Sache, wer bei den Gegnern so gespielt hat. Wahnsinn. Ja. Ich habe auch ehrlicherweise überhaupt keine Erinnerung mehr an dieses Spiel. Gut, das ist auch so eine Zeit, die hat wahrscheinlich dann auch irgendwann angefangen auszublenden. Nun ja. Ja, die Spiele davor konnte ich mich jetzt in der Tat noch so ein bisschen dran erinnern, aber das Ding habe ich anscheinend wirklich komplett einmal ausgeblendet. Eintracht, Eintracht, Eintracht. Was macht ihr nur? Wo soll denn dieser Eintracht, muss ich langsam entwickeln? Ja, in dieser, in der Saison auf jeden Fall. Also da tut Entwicklung glaube ich ganz gut. Schauen wir mal, was es sonst noch vielleicht an spannenden Ergebnissen an diesem Spieltag gab. Leverkusen, über die wir ja heute schon gesprochen haben, musste an diesem Spieltag an dem Freitag ran gegen den SSV Ulm und gewann 4 zu 1. Dortmund gewann 2 zu 0 gegen Bielefeld und war damit dann Tabellenführer, zwei Punkte vor dem HSV, der 2 zu 0 gegen Freiburg gespielt hat. Die mussten damals schon Samstag spielen, ob das damals auch schon mit irgendwie Ruhestörungen an Spielstätten zu tun hatte, wissen wir nicht. Dazu hören Sie vielleicht besser die Folge 93 nächste Woche. Genau und Schalke gewann 2 zu 0 gegen Stuttgart. Ich glaube, das ist so das Spannendste, was da noch passiert. Und der Klassiker MSV Duisburg gegen den 1. FC Kaiserslautern damals noch in der 1. Liga ging 2 zu 2 aus. Die Eintracht ist an diesem Spieltag kolossal abgerutscht und zwar auf den 16. Tabellenplatz. Schlechter nur noch Ulm und Duisburg und knapp davor mit einem Punkt Haching. Die Spielvereinigung unter Haching. Das war alles irgendwie nicht so golden damals. Nein. Okay, bergab. Und dann durften wir uns nach diesem Spiel freuen auf die nächste Chance. Auch damals schon die Knallerwochen in der Bundesliga. Da musste nämlich dann am 9. Spieltag, über den reden wir nächste Woche, die Eintracht ran am Freitag gegen FC Schalke 04. Und was da so passiert ist oder auch nicht, da reden wir dann nächste Woche drüber. Ich glaube, das ist auch besser so. So, und jetzt biegen wir so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Eine gute Tat der Woche gibt es an der Stelle nicht, deswegen kein Jingle. Außer vielleicht der Hinweis, Hannover 96 sucht einen Darsteller für ihr Maskottchen Eddie. Wenn sich da jemand von euch bewerben möchte und den Job tatsächlich auch bekommt, dann erwarten wir Live-Berichte aus dem Kostüm. Ja, also da will ich dann, will ich was hören von euch, falls sich jemand bewirbt. Vielleicht bewirbt sich auch Basti, zumindest wurde er da schon von mehreren irgendwie genannt, habe ich jetzt gesehen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Kriege ich zeitlich leider nicht hin. Kriege ich zeitlich, ja gut. Dann, wo wir es aber auf jeden Fall zeitlich hinkriegen, sind Empfehlungen und dafür haben wir jetzt hier auch noch einen Jingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Wundervoll. So, was habt ihr denn an Empfehlungen? Ich habe zwei Bücher. Ich habe zwei Bücher zu empfehlen. Einmal Football Leaks 2, falls ihr das noch nicht in den letzten Wochen empfohlen habt irgendwann. Das hatten wir empfohlen, da warst du sogar, glaube ich, schon mit drin. Da hatten wir drüber gesprochen, dass ich angefangen habe, um es zu lesen, aber es ist ja sehr gut, also von daher kann man es ja nochmal empfehlen. Ja, nee, ich habe es nämlich jetzt fertig gelesen, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Ich glaube, ich hatte das damals nur gesagt, ich war nur am Anfang, da warst du auch noch noch nicht fertig. Ich bin jetzt durch. Ich bin auch jetzt noch nicht fertig. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Warum ich überhaupt nochmal erwähne, ist meine zweite Empfehlung, weil ich habe jetzt dann direkt weiter gelesen und empfehle dieses Buch, ihr werdet es alle mitgekriegt haben, Relotio-Skandal, wurde ja jetzt von demjenigen, der den aufgedeckt hat, in Buchform verfasst, Tausend Zeilen Lügen heißt das, von Juan Moreno müsste es sein. Korrekt. Der das sehr detailliert aufschreibt, wie das damals alles war und tatsächlich war das eines der Bücher, die ich am allerschnellsten weggelesen habe. Also ich konnte das nicht mehr aus der Hand geben, weil das irgendwie sehr, sehr gut geschrieben und das auch sehr, sehr spannend alles war und sehr, sehr interessant, wie das dann alles abgelaufen sein soll. Aus seiner Sicht, weil Relotius hat sich ja heute irgendwie gewährt zu sagen, das stimmt irgendwie nicht, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall kann ich dieses Buch tatsächlich empfehlen, das wird man nicht lange in der Hand haben, wenn man das in einem durchlesen will. Okay. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und da geht es quasi jetzt um diesen kompletten Relotio-Skandal. Wie das angefangen hat, wie es dazu kam, dass die zusammen da eine Geschichte schreiben sollten, wie das dann passiert ist, wie er sich teilweise schon, wann er das erste Mal skeptisch wurde, wie teilweise Relotius sich rausgewunden hat und die Leute immer wieder von sich überzeugt hat, was für einen Gegenwind der erst bekommen hat. Bla, 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 bla. Dass er natürlich auch an sich gezweifelt hat, warum ihm Relotius irgendwie skeptisch vorkommt, weil er dann irgendwie dachte, vielleicht bin ich auch nur neidisch auf dem, weil er ist irgendwie jünger als ich und kriegt so viele Preise. Also du, du, er beschreibt sehr gut auch seinen inneren Kampf, den er zu der Zeit hatte, weil man ja dann auch teilweise anfängt, an sich selber vielleicht zu zweifeln, bla, bla, bla. Also ich fand es sehr, sehr interessant. Meint er, ist es ja auch gar nicht so, dass ich das irgendwie verurteilen will, was Relotius gemacht hat. Meine Güte, äh, betrifft mich jetzt nicht, aber ich fand es, äh, fand es sehr, sehr, sehr interessant, diese Abläufe da zu lesen. Wie gesagt, das ist tatsächlich das Buch, was ich in den letzten Monaten, Jahren am wenigsten weglegen musste, weil ich das tatsächlich in einem durchgeraut habe fast. Okay. Gut, das klingt, kann ich nur empfehlen, über Freunde. Das klingt doch, äh, hervorragend. Dann hab ich jetzt. Das nächste, was ich dann irgendwann bald empfehlen werde, ist das von Dirk Nowitzki, was jetzt auf der Buchmesse, äh, vorgestellt wurde. Ich weiß gar nicht, der Great Nowitzki heißt es, glaube ich, da ist ein Journalist, der ihn irgendwie auch über die Karriere begleitet hat, der das großartig aufgeschrieben hat. Das werde ich eben aber wahrscheinlich als, ich mach das immer so im Wechsel, das werde ich mir wahrscheinlich als Hörbuch zulegen zum Einschlafen immer mal. Ja, naja. Okay. Ja, dann hab ich, äh, auch noch zwei Empfehlungen. Die eine schließt an die von Basti an, die bringe ich aber als letztes und hätte davor noch den Football Manager 20, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber, äh, gesprochen. Da hatte Marvin ja nach Empfehlungen gefragt. Ich hab mich jetzt noch mal so ein bisschen durch, ähm, Trailer und sonstige Berichte und so weiter durchgeklickt und habe mich tatsächlich entschieden, ihn jetzt schon zuvor zu bestellen. Aktuell gibt's einen 10% Rabatt auf die Vorbestellung. Einfach nur, weil ich den Football Manager 19 extrem gut fand, nachdem ich mich da so ein bisschen reingekämpft habe, hab ich ihn jetzt einfach mal vorbestellt und von daher noch nicht gespielt, weil er kommt erst im November, aber wer Football Manager mag und auch bereit ist, Zeit zu investieren, ich glaub, der ist da auf jeden Fall gut beraten damit. und zumal die Konkurrenz nicht vorhanden ist, leider. Das nervt mich so immer, wenn du solche Sachen empfiehlst, weil ich hab jetzt auch, BW2K kommt da jetzt auch wieder raus. Ja, wobei ich da ganz schlechte Kritiken gelesen habe. Ja, aber es soll irgendwie buggy ohne Ende sein. Ich hatte auch überlegt, ob ich mal wieder einsteige, nachdem ich ja die 19er-Variante ausgesetzt hatte. Ja. Habe ich mich aber tatsächlich jetzt dann dafür entschieden, es nicht zu kaufen, zumal die erste Version wahrscheinlich sowieso ziemlich, zumindest was man liest, jetzt irgendwie mit Bugs ist, erstmal noch irgendwie zwei, drei Updates abzuwarten und dann wird sowieso wieder günstiger und ab Weihnachten oder ab Januar sind die Dinger dann sowieso irgendwie 20 Euro im, was weiß ich hier, After Holiday Season Special Sale drin. Von daher setze ich da erstmal aus. Ja, ich muss, ich meinte jetzt auch gar nicht so dieses, wie das Spiel ist oder was, sondern ich wünschte echt tatsächlich, ich hätte wieder so viel Zeit wie in der Schule, ja. Kommst um 13 Uhr aus der Schule, also ganz Tag Zeit. Manager, ich würde gerne Manager-Spiele zocken, da würde ich gerne ein bisschen Pro Evolution zocken, danach ein bisschen Wrestling, dann ein bisschen Red 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 Red, alles mögliche. Du siehst immer so geile Sachen, die rauskommen und denkst, ich sitze momentan da und denke mir, ey, das brauche ich mir gar nicht kaufen. Ich komme kaum schon dazu, Pro Evolution zu spielen. Ja, nicht zu vergessen, die neue Version vom Landwirtschaftssimulator ist draußen. Ah, geil, Alter, scheiße. Gut, da muss ich Pro Evolution hinten anstellen lassen, natürlich, ey. Was denn? Ich habe ernsthaft überlegt. Ja, sehr gut. Brauche ich mich, dann kannst du ja nicht mehr machen. Landwirtschaftssimulator immer gut. Wird nur noch getoppt vom Bus-Simulator, den fand ich allerdings nicht so gut. Nie gespielt. Kannst du da bitte einen Twitch-Kanal zu machen? Für den Landwirtschaftssimulator? Für alle Simulatoren, die du spielst. Ich hatte überlegt, da mal für den Football-Manager anzufangen, weil das ist sowieso immer sehr zeitintensiv, da kann man sowas, glaube ich, auch ganz gut machen. Ich erinnere mich an deine legendären Videos. Post aus Italien. Die Karriere-Dinger bei FIFA, ja, das ist nicht so. Aber Videos, Videos. Oh, da ist Post aus Italien, da gucken wir nochmal rein. Ja, die fand ich auch gut, aber es ist halt extrem viel Aufwand, diese Schneiderei zu machen. Ich glaube, da ist wirklich einfach live zu sagen, Mikro dran, laufen lassen und wer halt live zuguckt, ist dabei, ist glaube ich besser, als jetzt den Kram da irgendwie im Nachhinein nochmal zusammenschneiden. Genau, Benedikt disst mich hier im Chat schon wieder, dass ich ja damals schon gesagt habe, ich habe so viel Zeit zum Spielen. Ich habe auch die Woche wieder vier Stunden am Stück FIFA gespielt. Das ist halt einfach so. Leute, ihr müsst halt einfach Prioritäten setzen, ganz einfach. So, dann komme ich jetzt zu meiner letzten Empfehlung und zwar anschließend an die beiden Dinge, die Basti empfohlen hat, möchte ich hier empfehlen, support your local podcast. Die Weihnachtssaison fängt wieder an, das heißt, es geht demnächst wieder los mit Geschenke kaufen oder vielleicht müsstet ihr auch Dinge aus unserer Empfehlungsliste kaufen und dann könnt ihr das tun, indem ihr uns bei Amazon unterstützt. Ihr findet auf unserer Support-Seite einen Affiliate-Link, dann könnt ihr bei Amazon einkaufen. Ich weiß, Amazon sollte nicht die erste Wahl sein, weil auch da Geschäftspraktiken, Gehälter, alles eher schwierig ist. Also, wenn ihr einen lokalen Händler habt, dann geht doch bitte da hin, weil auch Zustellen per Post oder sonstigen Versanddienstleistern ist ja durchaus auch schwierig. Da kann sich, kann der Basti euch auch die ein oder andere Story davon erzählen. Also von daher, wenn ihr es vor Ort kaufen könnt zu nicht viel mehr Geld oder sogar zum gleichen Preis, dann macht doch bitte das. Das ist immer irgendwie besser. Aber falls ihr gerne bei Amazon bestellen wollt, dann macht es doch über unseren Affiliate-Link, dann bleibt das ein oder andere bei uns hängen, ohne dass ihr da extra Geld einwerfen müsst. Und dann freut ihr euch, weil ihr kriegt die Dinge, die ihr haben wollt, vorausgesetzt der Versanddienstleister arbeitet. Wir bekommen ein bisschen Unterstützung und dann sind wir doch alle irgendwie glücklich da dabei. Von daher, meine letzte Empfehlung, support your local Podcast beim Weihnachtsgeschenke kaufen. Klingt sehr gut. Das klang indirekt wie auch wie eine Empfehlung, dass ihr 390 Fun Friends werden solltet. Das ist natürlich auch eine Variante, genau. Ihr könnt es auch ganz offensiv machen, einfach 390 unterstützen oder generell auch andere Podcasts oder Menschen. Menschen, die euch Spaß bereiten, die euch mit Entertainment unterstützen, können Unterstützung gebrauchen. Sagen wir es so. Ich habe jetzt auch wieder zwei, drei diese auf meine Liste gepackt. Ich habe mein Adobe Abo gekündigt, weil ich da irgendwie doch die Software relativ wenig nutze und sich die 10 Euro im Monat da jetzt nicht wirklich gelohnt haben und habe dann diese 10 Euro direkt reinvestiert, indem ich andere Podcaster oder andere YouTuber oder Twitcher unterstütze, weil ich glaube, da ist das Geld dann durchaus sinnvoll angelegt. Also von daher, wenn ihr Zeit verbringt mit Medien, die andere Leute für euch produzieren, unentgeltlich, dann guckt doch mal, ob ihr irgendeinen Unterstützungsweg findet. Da gehört auch 93 dazu. Bevor Passi hier gleich wieder schimpft. So, liebe Freunde. Ansonsten bleibt, glaube ich, der Deckel auf der Sendung wird von Dennis gehalten, der gesagt hat, dass morgen alle Fans alles geben sollen. Oh ja, das auf jeden Fall. Nein, morgen, morgen ist super wichtig. Ab ins Stadion. Gas geben. Oder einfach richtig, richtig geil auch gerne zu Hause ausrasten und uns Videos auch von zu Hause rumschreien. Rumschreien, immer gut und ansonsten Volley. Genau, Volley ist wichtig. Wie der DFB-Fan sagt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir freuen uns drauf, wenn wir den einen oder anderen morgen im Stadion sind. Jetzt hast du mir das, ganz ehrlich, ich wollte mir gerade was aufschreiben. Was denn? Für morgen, hier auf meinen Zettel, was schreibe ich hier? Was habe ich hier auf meinem Zettel stehen gerade? Volley, Alter. Mann. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Volley. Gut, also, morgen Volley im Stadion, ansonsten am Sonntag Volley in Gladbach. Wir machen den Sack zu für diese Woche und melden uns in der nächsten Woche ganz normal wieder, am Dienstag wieder. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Eintracht, eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Macht es gut. Eintracht. E. 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 Es kann man vor, E. 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 Es kann man vor. Hey, es kann auch ein von Hey, 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 es kann auch ein von Hey, 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 es kann auch ein von